Aber das ist unsere wunderbare Runde, die ich aus dem Off noch ganz kurz vorstelle, bevor ich dann Marco das Heft in die Hand drücke. Da haben wir einmal Lilly, Lilly Schote streamt, das unterhaltsam, irgendwo zwischen Aufklärung, Gaming und Cringe absichtlichem, findet man Lilly Schote. Dann haben wir die Steffi Graf des deutschen Rollenspiels, Moritz, hallo. Hallo. Wir haben professionell lustig vor der Kamera und auf der Bühne Patricia Lührmann und Kai, ein Urgestein der Orkenspalter-Community. Schön, dass du da bist. Und wir übergeben an Marco, Redakteur für Brankalonia. Hallo. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Bohnen und Abenteuern in Brankalonia. In dieser Reihenfolge. Spaß mit Bohnen. Nur mit bleiben wir bei den Bohnen. Spaß mit Bohnen. Okay. So, also ich möchte mich auch erstmal ganz herzlich bedanken, dass wir heute in der Runde halt so zusammengefunden haben. Und wir wollen heute in die Hafenstadt der Vortiga reisen, um, beziehungsweise unsere vier Schmalspur-Knappen, wollen einen kleinen Auftrag erledigen. Oder müssen sie? Und zwar nichts Geringeres als den Sohn des briganten Mafioso-Bosses Arterio aus den Fängen des Gesetzes zu befreien, während in der Stadt der Rote Karneval tobt. Ja, möchtet ihr euch erstmal ganz kurz vorstellen? Ich fange gerne an. Mary hat mich schon vorgestellt, ich bin Lilly. Ihr kennt mich hier. Ich spiele heute die definitiv Adlige, wenn man sie fragt auf jeden Fall, Lady Adriana Giamelli. Ich bin eine Marionette aus dem edelsten Gehölz geschnitzt. Leider ist mein Herr und Meister unglücklich verstorben und seitdem lebe ich auf der Straße, um das zurückzuerobern, was mir rechtmäßig gehört, wo meine Wurzeln geschlagen haben. Und begleitet werde ich unter anderem von der mutigen, mächtigen, meiner rechten, linken Hand und Bein Helga. Helga! So. Ich bin Helga. Heute. Tatsächlich. Und ich habe meine Stimme dem Ganzen natürlich unterworfen angepasst. Das war alles ein Plan, dass ich mich heute so anhöre. Helga ist ein, was ist es, Halbrise? Ja, ein Morgant. Ein Morgant. Eine Morgantin. Tatsächlich so um die 22 groß, mit so einem gegerbten Gesicht und ja, so ein bisschen auch so fast zusammengekniffenen Augen. Man kann also ihre Augen, eigentlich ihre Augenfarbe gar nicht so richtig erkennen, weil sie mal so aussieht. Hier vorne in die Zornesfalte könnte man eine Kippe einklemmen, was die auch manchmal macht, wenn sie nicht weiß, wohin damit. Und ja, die Kleidung ist tendenziell eher so wie einem Bettelmönch angemessen. Also ein sehr speckige Leinenrobe mit so einem Seil drumherum, kein Gürtel. Da hängt ganz viel Gedöns drin wie Knoblauch und andere Gewürze. Ein großes Ausbeinmesser und ein Knippchenmesser mit einem sehr, sehr großen Griff, aber das nach vorne halt so komplett runtergerockt ist. So, schmuddeliger Rucksack mit so einer riesengroßen gusseisernen Pfanne drauf, ein so ein pragmatischer, weizenblonder Zopf hinten drauf und läuft halt immer hinter der Lady her und versucht möglichst dafür zu sorgen, dass sie angemessen gehuldigt wird. Es dauert immer ein bisschen, weil die Beine sehr kurz sind, bei ungefähr 105 Zentimetern Größe. Gegebenenfalls transportiere ich sie auch auf der Schulter. So, und wer ist noch mit an Bord? Ossolino Sozone, der Mensch der Truppe. Üblicherweise sieht er sehr durchschnittlich aus, er bemüht sich zumindest darum, hat aber eine Kleidung, mit der er versucht dann immer wieder eher modisch, also das, was er für modisch hält, auszusehen und eher wie eine Autoritätsperson aus der Stadt, weil seine Profession ist, Leuten Dinge zu verkaufen, bevorzugt Dinge, die sie für heilig halten. Also irgendwelche Knochen von irgendwelchen Heiligen oder ähnliches, also die Reste der letzten Fleischmahlzeit und ähnliches. Er hat auch Beglaubigungsschreiben selbst ausgeführt, also er kann bezeugen, dass sie echt sind. Kann also nichts schief gehen. Da kann nichts schief gehen, genau. Und er wäscht sich regelmäßig, weil anders als sein Name hat er gemerkt, das hilft einigermaßen bei der Glaubwürdigkeit, wenn man irgendwie halbwegs gepflegt wirkt. Das Wasser ist nicht immer das sauberste, aber das ignoriert er dabei, weil er ist der Signora Pechkriehe verpflichtet. Und sein Ziel ist es, Unglück über die Leute zu bringen. Ja, ich bin Antonio. Und an meinem Gesicht ist eigentlich nur der Schnurrbart halbwegs menschlich, denn ich bin ein Teufel, der den Teufel abgeschworen hat vom Prinzip her. Und ja, ich treibe mich herum, ich kämpfe mit Schwertern, ich verkaufe meine Kampfkraft an Leute, bin gerade mit diesen drei äußerst kompetenten Wesen unterwegs. Und verspreche euch schon mal, ich fürchte, ihr werdet untenrum eine Überraschung erleben heute. Lassen wir sprechen. Das lassen wir erstmal so im Raum stehen. Patricia ist da, ich kann nicht anders. Moment, 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 wieso liegt das dann wir? Okay, ja, und ja, also, voraus vor euch, vor euch voraus liegt die Hafenstadt Wortiger. Sie liegt an der Mündung der Fossa, also des größten Flusses im Königreich. Genau dort, wo dieser halt ins trübe Meer fließt. Und einst waren hier unzählige, vom Meer umspülte Landzungen, Inseln, Inselchen und Felsen, auf denen später erst Türme und Festungen, dann aber auch Häuser und Anleger gebaut wurden, die letztendlich über zahllose Stege, Brücken und Balkone zu einer kunterbunten Wohnzidelle zusammenwachsen. Und da sitzt ihr nun, einer neben dem anderen, ein zusammengewürfelter Haufen, den wir gerade schon kennenlernen durften, von vier Schmalspurknappen und ihr rudert in eurem kleinen Beiboot mit der untergehenden Sonne im Rücken in die dampfend stinkende Hafenbucht hinein. Schon jetzt haltet euch aber der Lärm der rauschenden Paraden und Spelunken entgegen, denn es ist die letzte Nacht des roten Karnevals angebrochen. Aber zum Feiern werdet ihr kaum Zeit haben. Dann beschreibt euch doch mal bitte, wie ihr da in diesem kleinen Ruderboot im Dunst des Abends lang hin rudert. Lady Adriana ist natürlich am Steuer, auch wenn es ein bisschen Überzeugungsarbeit gebraucht hat, dort hinzukommen. Sie trägt ein rotes Kleidchen mit ihren knapp einen Metern. Fällt es auch gar nicht so leicht, sie über den Rand des Bootes zu sehen. Ihre Haare sind einfach nur braune Strähnen, die wahrscheinlich schon mehrfach nachgeholt wurden bei sehr fähigen PuppenmeisterInnen, die sich damit auskennen. Er trägt noch eine braune Lederweste darüber, in der mehrere Dolche stecken. Manche würden auch sagen Küchenmesser, aber naja, man nimmt, was man kriegen kann bei dieser Größe. Und ein Säbel hängt an ihrer Talie. Und sie blickt krengschätzig über ihre Crew. Das ist ihre Meinung zumindest. Ich wette, wir wären übrigens schon früher da gewesen, wenn ihr direkt auf mich gehört hättet, dass ich nicht rudern sollte. Habt ihr meine Arme gesehen? Ich rudere doch schon, mir ist langweilig. Ja, da Helga ja rudert, sitzt Antonio entspannt irgendwo in der Mitte des Bötchens, schärft sein Schwert, testet die Schärfe dann an den Spitzen seines Schnurrbarts ab und zu und blickt dann irgendwann zufrieden in den Sonnenuntergang. Alles ist schön. Es stinkt ordentlich. Das Schwert ist scharf. Es wird gerudert weiter so. Ja, und ganz vorne im Bug sitzt Ossolino und schaut in die Ferne und lässt seine Gedanken schweifen und überlegt, auf welche Weise sie da wieder lebend rauskommen sollen. Wobei eigentlich ist er da sehr überzeugt von, weil sie sind ja eh die Besten. Ja, insofern. Helga hat Hunger! Ja, also mindestens eine oder einer von euch war halt auf die wahnwinzige Idee gekommen, sich mit dem bösartigen Brigantenherzog Arterio einzulassen. Und weil er halt mit 500 Kohlen lockte. Und nun gilt es, seinen vermaledeiten Sohn zu befreien, bevor er eben im Zuge des Karnevals, als dessen Höhepunkt der Willkür der Justiz ausgeliefert wird. Zähle innerlich schon das Geld. Hat ein Blach das nicht verdient? Bestimmt. Ist es nicht irrelevant, ob er es verdient hat für 500 Kohlen? Ich will nicht überrascht mit dem geredet haben. Es war kein Angenehmer. Also der Baron war wirklich kein angenehmer Gesprächspartner. Jetzt mir dauernd ins Wort gefallen. Kohlen. Ja, aber du konntest mal sehen, wie es ist. Nur mit einem kleinen bisschen was Holz, das geht gar nicht. Aber du konntest sehen, wie es ist, wenn du selber mal da angekommen bist. So musst du mit deinen Untergebenen umgehen. Das ist wichtig. Kohlen. Weil ich falle Helga dauernd ins Wort. Ja. Also meinst du schon richtig? Eine große Zukunft liegt vor dir. Ah, ja, das sehe ich ähnlich. Der Plan eures... Deswegen Helga, ruder schneller. Meine Zukunft wartet auf mich. Ich brauche dieses Geld. Ich stehe auf. Wir brauchen dieses Geld. Hänge meinen Kopf über die Reling und versuche den Außenborder zu machen. Keine Ahnung. Ja, ja, und es stinkt. Aber es ist ekelig hier. Der Puste, Fischgräten, Essensreste und andere Dinge entgegen, die du nicht weiter benennen möchtest. Dann hebe ich den Kopf und möchte doch wieder rudern. saugt in euch diesen angenehmen, duft der Heimat. Aber der Plan eures Auftraggebers ist denkbar einfach. Also so glaubt ihr zumindest. Dementsprechend sperrt nochmal eure Lauscherchen auf. Erstens, ihr erinnert euch, quartiert euch im Badehaus die zwei Postillen ein, wartet dort bis zum vierten Glockenschlag der Nacht auf Wachhauptmann Zirkone und seine Lakaien, um euch ihrer Redingote Masken und Kostüme zu bemächtigen und mit ihrem Schauwagen euch aus dem Staub zu machen. Dann kostümiert ihr euch, fahrt zum Gefängnis bis zum fünften Glockenschlag, nehmt den Gefangenen entgegen und irgendwo zwischen dem Gefängnis und dem Marktplatz müsst ihr dann den Absprung schaffen. Und natürlich streicht 500 Kohlen ein und verpisst euch. Das ist der Plan. Ein guter Plan. Ich halte auf einen von den Pieren zu. Nein, da steht ja schon mal jemand eingesperrt und weiß, wie dick die Stahlstäbe sind im Gefängnis. Nur für den Fall, dass wir einen Plan B brauchen, um ins Gefängnis zu kommen. Guck dich irritiert an, Plan B. Der Plan ist perfekt. Ja, aber... Wenn du anfängst zu zweifeln. Ihr wisst, wie gut Helga da ist, sich zu verkleiden, zu kostümieren und dann nicht aufzufallen. Helga will ein Prinzessin-Kostüm. Helga? Erstens, ich würde das tragen, aber es wäre kein Kostüm natürlich, ich bin ja eine Prinzessin. Zweitens, wir vertreten sie jetzt Prinzessin, wir sind hier um... Was für Uniform war das nochmal? Ich habe sie vergessen. Renning Goethe? Ja. Diese Uniform tragen wir. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob die uns passen werden, ich bin auch sehr gespannt, ob die überhaupt irgendeine Marinette haben, die dort in der Wache ist, aber schauen wir doch mal. Na kurz, muss einfach mal. Dann will Helga ein Bärchen-Kostüm. Es ist auf jeden Fall eine Verkleidung, weil durch die Verkleidung ist es einfacher, nicht aufzufallen. Sonst würden wir eventuell doch auffallen, als nicht die Wachen, die sie gewohnt sind. Ich dachte, wir gehen jetzt Obdachlose, wenn ich mich hier so umgucke. Noch habt ihr die Kostüme nicht. Wir haben unsere eigene Höhle. Erinnere dich. Ich lege das Boot an, keine Ahnung. Also ich schmeiße irgendwo... Ja, irgendwo im Schatten zwischen alten, versifften Karnen und Stelzen von Stelzenhäusern schiebst du da in einer schattigen Ecke euer Boot halt an. Und dann begebt ihr euch durch die Stadt. Also die Straßen sind schon gut gefüllt mit Leuten. Einige rauschen, berauscht durch. Andere sind noch am Schlemmen und Fressen. Je nachdem. Wieder andere treiben noch ihre Tiere von A nach B. Also es ist ein kunterbuntes Durcheinander. Manche feiern, manche grölen, manche sind halt nur da und wieder andere liegen schon unterm Tisch. Und ja, ihr kämpft euch quasi, ihr drängelt euch durch die Stadt bis zum anderen Ende. Weil ihr wisst, wo das Badehaus ist und kommt dann halt auch an. Ihr seht vor euch das Badehaus, die zwei Postillen. Es ist so ein schäbig durchschnittlicher Laden, der an einigen Stellen mit Brettern ausgebessert wurde. Nicht viel scheinbarer als alle anderen. Nur vor der Eingangstür steht so ein dicker, großer, morganten, grobe Jan. Ja, Gedanken belassen halt in den Himmelstaat. Und neben ihm ruht ein ganzes Schiffsruder an der Wand. Offensichtlich der Rausschmeißer, Türsteher, wie auch immer. Und Fährmann, wenn man nach Hause will. Sonst bräuchte der K. das Ruder nicht. Naja, ich denke, er hat schon den einen oder anderen auf die Planken geschickt. So, was tut ihr? Ja, drauf zu. Wir wollen ja jetzt erstmal baden, ne? Ja. Ja. Lange Reise, da muss man erstmal sauber werden. So, das für die Feierlichkeiten. Also, ich gehe hin, als wäre ich jeden Tag da. Alles klar. Naja, als ihr auf ihn zuschreitet, bekommt ihr das irgendwann auch mit. Und spricht euch dann an. Na, ihr kleinen Taschenpupser? Aber müffeln tut ihr ja schon wie die Größen. Ja. Seid ihr heute das erste Mal da? Nein. Ja, ja. Aber heute sind wir das erste Mal da, das stimmt. Für den heutigen Tag ja, sonst würden wir nicht mehr so irgendwie fühlen. Ja. Also, willkommen im Badehaus, die zwei Postillen. Wir haben zwei Regeln. Erstens, seid nett zu den Bediensteten. Das wird schön. Sonst rudere ich euch durchs Gesicht. Oh, fair. Zweitens, die Möbel bleiben ganz. Sonst rudere ich euch ins Gesicht. Und drittens, wer mir dumm kommt, ihr wisst, das Ruder. Gut, also eigentlich nur eine Regel. Ins Gesicht oder woanders hin dann? Warum tun sich die Leute immer schwer mit der dritten Regel? Und ihr seht, wie er schon seinen Ruder fest umgreift. Nein, 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 nein. Die dritte Regel ist die wichtigste Regel. Weil im Zweifelsfall kommt das Ruder. Richtig? Richtig. Du bist wohl der Schlaue. Ja. Ich gucke ihn sehr stolz an. Danke. Und jetzt geht es hier durch, richtig? Ich mache euch die Tür auf. Und das ist ja wieder seine große Prank. Also, er überwiegt Helge auf jeden Fall auch nochmal um einen Kopf. Auf macht und öffnet halt einfach die Tür. Und dann sagt er noch, mein Name ist übrigens Schmalhans. Ich heiße so, weil ich der Kleinste im Wurf war. Hoho. Und dann lässt er euch ins Badehaus. Wir danken dir, Schmalhans. Das hast du sehr gut gemacht. Einen wunderschönen Tag noch, Schmalhans. Benehmt euch. Helga, ich finde, du sollst auch ein Ruder haben, oder? Ich habe das auch schon überlegt. Aber ich würde Ruderrührei machen. Ja. Finde ich okay. Je nachdem. Also, wenn ich an unsere letzte Mission denke, hätte uns ein Ruder geholfen. Ich würde drei auf einmal treffen können. Aber wäre da nicht besser, einfach in eine größere Bratpfanne zu investieren? Das macht nicht so schöne Geräusche, so ein Ruder. Bratpfannen gibt es doch gar nicht. Aber so ein Ruder macht nicht so schöne Geräusche. Während die da alle reden, uns sind ja diese menschlichen Gebräuche fremd. Und wir ignorieren sie größtenteils. Deswegen würde ich vor Ort mein Kettenhemd, mein Wams, meine Hose und alles einfach so in eine Ecke werfen im Eingangsbereich und Wasser rufen. Und untenrum habe ich Ziegenbeine äußerst muskulös und behaart und sprintelos auf der Suche nach irgendwelchem Wasser, wo ich hineinspringen kann. Als du dich entblößt, hörst du eine zarte Stimme von deiner Linken, von den Tresen her. Eine junge Schankmaid, die sich als Trixie vorstellt. Trixie! Jetzt macht er eine Arschbombe. Sie schaut dich an, sie flüstert so kurz. Fui, Teibel, Zeit wird's. Und dann kommt sie auf dich zu. Ah, werter Gast, willkommen in den zwei Postillen. Ihr wollt baden? Dann seid ihr hier richtig. Bitte nicht nochmal drei Regeln. Nein. Also als ihr einschreitet, seht ihr zu eurer Linken einen Empfangsbereich mit dem Tresen. Zu eurer Rechten eine Bar, weil in jedem Haus gibt es eine Bar. Und geradezu geht es in den Hinterhof, den sie euch jetzt zeigen würde. Oder vor allem dir, Antonio. Ja, ich würde ja auch kurz noch eine Kohle in die Hand drücken, die ich irgendwo herzaubere. Und wir werden nie erfahren, wo. Und sagen, ja, Trixie, pass auf, die Sachen auf, die da liegen, die dürfen nicht verschwinden. Sie hebt die Hand und winkt eine andere Person heran und die Sachen werden leicht zur Seite geräumt. Antonios Kohlen riechen nach Ziege. Nicht nur danach, leider. Geld stimmt nicht. Trixie, wo sind die Umkleiden? Umkleiden? Oh nein, es ist so ein... Folgen Sie mir doch bitte, werte Herren und Damen und Puppen. Eine Ortsbegehung wäre ganz gut, damit wir uns nicht verlaufen hier. Das wirkt sehr groß. Also zu unserer Linken die Anmeldung. Zu unserer Rechten für Speis und Trant ist gesorgt für ein kleines Entgelt. Ich kann die Aaldusche und den schwarzen Hering empfehlen. Beides vorzügliche Getränke für... Ja, sie guckt Helga an. Haben wir auch Bohnen? Ja, ein paar Bohnen haben wir auch. Siehst du, Helga, wolltest du auch eh fragen, oder? Ja. Bohnen. Kann man die Bohnen auch trinken? Kauen ist besser. Jedenfalls fragen Sie mich doch bitte. Ja, hört übrigens aus der Ferne irgendwo ein Platschen aus irgendeinem Raum. Ja, und dann, als sie das Platschen hört, eilt sie nach hinten, und zwar in den Hinterhof. Und dort schwimmt wahrscheinlich Antonio schon in einem der Badezuber, die in so einer großen, überdachten Ecke halt stehen. Zu jedem Badezuber gibt es so einen kleinen Holzverschlag, wo andere Leute ihre Kleidung aufhängen oder drüberlegen. Amateure. Und es sind diverse Badezuber in Reih und Glied. Dann seht ihr einen Ofen, wo man offensichtlich Wasser erwärmt. Und etwas abseits noch ein kleineres Häuschen. Ja, und dann wendet sich Trixi zu euch. Nun ja, also wir haben hier die Badezuber für einen schnellen Waschgang mit allerlei Zubehör. Oder wir haben es dort drüben, die Luxussuite, einen richtigen, in Stein gefassten Pool mit allerlei Duftstoffen, Privatsphäre, aber für das große Geld. Wie kann ich nun behelflich sein? Das können sich wahrscheinlich nur KommandantInnen leisten, oder? Ja, da haben sie völlig recht. Der Hauptmann hat sich bereits angekündigt. Er wird in etwa zehn Minuten wahrscheinlich hier sein, kurz bevor die große Show beginnt. Große Show? Ich steige ganz unauffällig aus diesem duftenden Ding raus und schleiche mich in so einen kleinen Zubehör. Da es mir auch daran liegt, mich hier adentlich reinigen zu können und die großen Kohlen kein großes Problem sind. Umkleiden gibt es wirklich nicht, auch nicht für die etwas besser betuchteren Gäste wie den Kommandanten und mich? Der Herr Kommandant wird natürlich in unserer kleinen Luxussuite baden, also in den Steinbecken. Dort hat er genügend Privatsphäre und ist unter sich mit einer Waschdame seiner Wahl. Oder Waschherren. Aber es gibt Waschdamen? Der Herr Kommandant, er hat einen Narren an Ubalda gefressen. Ich weiß auch nicht, wie es soll. Aber sie wird ihn nachher empfangen und natürlich mit der nötigen Pflegsamkeit ausstatten. Oh, Ubalda. Hat er gerade was Schmutziges gesagt? Nein, unser Haus ist dafür bekannt, den Schmutz aus allen Poren, Poren tief zu reinigen. Aus allen. Ich bohre mir im Ohr. Poren, nicht Ohren, Helga. Oh. Das sind nur sehr große Poren. Ja, also Sie können gerne einen der kleineren Zuber für sich gewinnen oder erst einmal an der Bar Platz nehmen, bis Sie eine Entscheidung gefällt haben. Wir könnten den großen Zuber nehmen, solange er noch nicht da ist. Nicht genug Platz für uns alle dort drin? Kommt der Hauptmann alleine oder? Nun, er hat sich mit seiner Leibgarde angekündigt, aber erfahrungsgemäß zieht er Privatsphäre vor. Die Leibgadisten erfrischen sich in der Regel im Barbereich. Und manchmal essen sie auch ein Poren. Das ist angemessen. Sie erfrischen sich im Barbereich? Na, sie trinken und essen. Achso. Adriana stackst du Helga und hält so die Arme hoch. Das heißt, nicht mehr hochheben. Ja. Reiche nicht mal kurz zur Ossilliona rüber. Ich reiche sie rüber. So. In der Höhe patzt es nicht anders und dann tust du halt sie, was ist ein Ossilliones Ohr. Aber du solltest vielleicht mal versuchen, diese Obalda kennenzulernen, damit wir wissen, wo die Klamotten abgelegt werden. Vielleicht für ein paar Kohlen finden wir das heraus oder bekommen sie direkt sogar einfach. Ja. Das könnte man versuchen. Warum seid ihr doch angezogen? Das lass ich mir nicht zweimal sagen. Mach mich nackt. Der Seifegehalt ist leider zu hoch in diesen Gewässern. Das kann ich dem edlen Gehölz nicht antun. Ich hab mich erst vor zwei Wochen neu masern lassen. Warst du dich auf Buche? Buche? Willst du mich beleidigen, du Hund? Edelstes Zedernhäusch. Meine lieben Gäste. Meine lieben Gäste. Meine lieben Gäste. Bitte? Ja, bitte. Wenn sie in den Zuber steigen, reicht es genug, wenn sie sich dort entkleiden und alle anderen Gäste vor allem nicht mitten auf dem Hof verschrecken. Warum nicht? Erschrecken? Hast du mich hässlich genannt? Nein, aber du möchtest hier zentral baden, glaube ich. Ich möchte was? Hat er was Schmutziges gesagt? Was hat er gesagt? Helga, Helga, komm. Ich zeig dir, in welchen Zuber du gehen sollst. Komm. Okay. Wir haben auch für ihr Format einen geeigneten Zuber. Und die Leute, die die Kleidung noch anbehalten, können natürlich gerne warten oder sich vorn eines Getränkes erfreuen. Wie käme man denn in den Genuss von Ubaldasdiensten, wenn sie so angepriesen wird? Nun, der Hauptmann Zircono Dünnhaut hat sie immer besonders gern angefordert. Und natürlich gehen wir der gut zahlenden Kundschaften, die gewisse Boni. Helga, nein, nicht Bohnen, Boni. Oh Mann. Das sind mehrere Bohnen. Komm, ich zeig dir deinen Zuber. Dann kannst du dich ein bisschen waschen und dann bist du später für alles andere gewappnet. Ich halte mir bei meinen gigantischen Hintern so ein bisschen so ein kleines Handtuch. Im Vergleich zu deinem Hintern sind alle Handtücher klein. Weil unter uns, meine Herren, die Signoretissima Adriana, sie gibt es ungern zu, aber sie braucht den besonderen Service von nur den besten. Ubalda, Ubalda, komm doch mal. Hast du vielleicht noch ein paar Minütchen Zeit für eine unserer Gäste, eine Lady? Ruft sie und es kommt eine, ja, aus einer Ecke des Hinterhofs kommt eine etwas kräftigere Dame mit schönem, lockigen Haar. Und, ja, so eine Lederschütze und dergleichen an, etwas knapper bekleidet, weil sie ja viel mit Nass arbeitet. Ja, Trixi, meine Liebste, wie kann ich denn helfen? Und schaut sich in die Runde. Meine Herrin Adriana bräuchte unbedingt das Spezialpflegeprogramm. Sie ist ein wenig diffizil, deswegen vielleicht in einer etwas ruhigeren Ecke. Bring die Pfeile mit! Im Hintergrund geht Helga in den Badezuber und das sieht so ein bisschen so aus wie dieses dicke Wasserschwein, was ich in diesem Video so in diesem Wasser reinsetze. Und das Wasser läuft so rechts und links überall raus. Hast du auch eine Orange auf dem Kopf dabei? Was zu essen? Genau, das stelle ich ab. Ich muss sie leider, also Ubalda sagt, der Hauptmann kommt in Kürze. Ich kann sie leider erst später bedienen, wenn das in Ordnung ist. Es tut mir leid. Aber sie sind die Arme. Ich bin nicht mal einen Meter groß. Das schaffst du nicht, nur 15 Minuten? Nein, der Hauptmann kommt in Kürze. Und das Wasser ist noch nicht ganz warm und wir müssen noch ein paar Duftstoffe einlassen. Erster Seger, gründlich. Ich muss zugeben, bei der hohen Feuchtigkeit hier, ich merke schon, wie ich morsch werde. Könnte ich wenigstens schon dort, wo ich mich später um euch kümmern werde, mich dort schon mal einquartieren und auf euch warten einfach? Oder mich schon mal entkleiden, wo sich Leute meines Geldes und Statuts entkleiden? Ich kann sie gern scheinbar die Räumlichkeiten zeigen, aber ja, dann fragen sie mir kurz. Also sie führte ich nach drüben in das kleine Haus. Das besteht tatsächlich nur aus zwei Dingen. Erstens, in der Mitte ist ein schöner, steinerner Pool. Das ist so viereckig, da kann man schön drin sitzen, ein bisschen planschen. Am Rand stehen so diverse Fläschchen mit den verschiedenen Duftnoten. und kleine, in Gelb gehaltene Tiere, die auf dem Wasser schwimmen können. Und in der anderen Ecke steht auch so ein Holzverschlag mit einem Hocker und was zum Anhängen. Dort würde man dann für gewöhnlich seine Kleidung platzieren, während man reinspringt. Oder bevor man reinspringt. Aber die Lounge ist für den Hauptmann reserviert. Und daher ist es jetzt unmöglich, schon vorzubaden. Während ich heute reingeführt werde, möchte ich mich einmal umgucken, ob ich vielleicht andere Wege hinein erspähen kann. Es gibt natürlich noch mehrere kleine Fenster, die natürlich zur Lüftung dienen. Ja, ansonsten ein recht schlicher Raum ist schon noch ein bisschen... Ach ja, sehr beschaulich. Dann werde ich, sobald ich den Kommandanten sehe, dass er diesen Opfer verletzt, werde ich zurückkehren, um mich euren Diensten widmen zu lassen. Sehr gern. Sehr gern. Und ich hoffe, ihr habt nur das beste Harz hier. Wir werden Sie sicherlich zufriedenstellen. Das würde ich stark hoffen. Dann folgen Sie mich wieder, bitte. Und dann geleiten Sie dich wieder raus. Und dann wisst ihr schon, wo der Hauptmann Circono später baden wird. Ich poop in die Wanne. Und es blubbert. Es hört gar nicht mehr auf mit Blubbern. Der Adriana geht zurück zu Oszillione und macht wieder Oszillione. Ich stehe wirklich hoch. Dankeschön. Das geht auch ein bisschen schneller. Also, ich weiß, wie ich reinkomme. Ich weiß, wie ich die Kleidung rausmanövrieren werde. Aber ich brauche irgendjemand von euch, der an einem dieser Fenster, wo ich später reinkriegen werde, schmiere, steht und die Sachen entgegen nimmt. Weil, ich gehe immer davon aus, dass die Leibwache und der Kommandant ein bisschen größer sind. Und ich nicht direkt alle Kleidung auf einmal schleppen kann. Also, möchtest du dort schmiere stehen? Und vielleicht macht Helga auch noch ein bisschen, vielleicht rutscht Helga... Ich kann mich da hervorragend spielerstehen lassen, ja. Wenn du unbedingt hereinkriechen möchtest, dann kann man das sicherlich entkriegen. Achso, du hast einen besseren Plan. Ich meine, ich erwarte es nicht. Nein, nein, ich würde niemals deine Pläne in Zweifel ziehen. Ich finde, Helga wollte diese Typik... ...anmachen und ablenken. Das hat bisher noch immer geholfen. Das mache ich, kein Problem. Lass mich wieder runter. Lass mich wieder runter. Du setzt dich vorsichtig ab. Und sie läuft zu dem Badezuber von Moritz hin und hebt nur so eine ihrer Holzhände. Red mir nicht dazwischen, wenn ich einen Plan aushäte. Es guckt nur ihre Stirn über den Badezuber drüber. Wir brauchen auch noch die Kleidung von den... Super, jetzt habe ich die französischen Köche von der Wochenschau im Kopf. Und das wäre dein Job. Denen die abzuschwatzen. Also letztendlich sie davon zu überzeugen, dass sie gerne baden wollen, damit sie ihre Sachen ausziehen. Genau. Und wenn alle Stücke reißen, Helga, rutsch vielleicht mal aus, rutsch in den falschen Badezu und vielleicht entstehen dann Situationen, in denen wir Dinge entwenden können. Verwerfungen. Du weißt ja, wie das geht, Helga. Da ist ein Stück Seife, da ist auch eine kleine Quietscheente. Spielevoller. Ja, das kriege ich hin. Ja, während ihr euch da noch so austauscht, hört ihr vorne an der Eingangstür halt Gedränge. Und Trixi begrüßte eine Gruppe von Personen. Und es ist natürlich Hauptmann zu Kono mit vier Leibgardisten. Die vier Leibgardisten seilen sich gleich in die Barecke ab, schmeißen die Kostüme, die sie dabei haben, so eine recht bunten, farbenfrohen, eher roten Outfits mit pompösen Masken. Also eine Ganzbesichtsmaske. Einfach da auf die Hocker mit in die Ecke. Und der Hauptmann wird sofort von Ulbalda umgarnt und führt sie, führt ihn zusammen mit seinem Outfit, das er immer noch anhat, dieses Kostüm, aber die Maske trägt er halt an der Hand, in die privaten Badebereiche, also in das Poolhaus. Adriana deutet noch für die anderen zu der Bahn und dann zum Fenster und dann tippelt sie dahin. Aber wie stellt sich das ganz kurz dar? Das heißt theoretisch, wenn wir das letzte Kostüm aus der Dingser haben, können wir auch da einfach dran vorbeirennen, den Kram einsammeln und abhauen. Okay, also die sind frei zugänglich. Die Frage ist jetzt gerade eher, das sind ja dann, sorry. Wir müssen nicht schon alle ablenken. Okay. Der wichtige Punkt ist, sie sollten es nicht bemerken, damit sie nach Möglichkeit ihren Zug verpassen. Wir wollen nämlich statt deren den Wagen. Das heißt, wir müssen die abfüllen. Sind da überhaupt genug, also das sind ja dann fünf Kostüme sogar. Ja. Wenn man sich so die Größe der Wachen anguckt, für wen sind da überhaupt Kostüme enthalten? Bei dir brauchen wir ein paar Stücke. Ich nehme nur die Maske, da habe ich schon abgefunden, Matt. Für diese Mate gibt es keine Kostüme. Die Livegardisten sind alles Menschen, durchschnittlich groß. Also für dich sind die Kostüme zu groß. Und für Helga, naja, vielleicht kann man ja aus zwei Kostümen eins machen. Die eine Hose mit einem Bein rein. Und sind denn so Säcken drin, die Kostüme und die Masken drauf quasi? Okay, nur der hat man da dran gehabt. Genau, es sind halt so Umhänge halt, mit so einem Überwurf und dann mit so einer Ganzgesichtsmaske, so wie man das vielleicht aus Venedig kennt, so richtig wild. Farbenfroh, mit Federn, mit Rüschchen, mit ein bisschen Gold. Wie viele Wachen sind das? Es sind vier Wachen und der Hauptmann. Die vom Hauptmann ist natürlich viel pompöser als die anderen vier. Und die Livegardisten haben ihre oder ziehen dann halt im Barbereich ihre Kostüme aus oder legen sie einfach ab und frönen dann einem Erfrischungsgetränk oder auch zwei oder drei. Mal schauen, ne? Aber sie sind ja noch im Dienst. Bevor Adriana weg ist, rufe ich noch kurz an. Lady Stöckchen, komm mal kurz her, bitte. Sie kommt auch schon zurück. Ich kann verbrauchen. Ich habe das schon verstanden. Ich hebe diese Hochzule auf vor dem Zuber. Du warst doch eben da in dem Haus. Kann man das zuschließen? Hat das ein Schloss? Könnten wir die da alle reinlocken und zumachen? Ja, aber das wird ja auffällig werden. Dann klopfen die dagegen und werden jemanden rausgelassen. Ja, mit Tipsi und Chantal und allem. Hören wir doch kurz zu. Wir machen das anders. Wir brauchen auf jeden Fall die Uniforms-Kommandanten, weil dann sehen wir wichtig aus und kriegen einfachere Dinge. Wir brauchen ansonsten noch, wenn ich die angucke, maximal zwei, drei Uniformen, weil ich kann eh keine davon tragen. Das heißt, wir brauchen eher ein paar Säcke Wäsche von anderen Gästen und tauschen diese Säcke, damit es nicht auffällt, dass sie ihre Kostüme verloren haben. Damit wir möglichst viel Zeit haben. Das heißt, du, Helga aus Jönö, ihr kümmert euch darum, dass die Säcke und die Kostüme getauscht werden. Wir brauchen drei Kostüme dieser Wachen. Und ich sorge dafür, dass wir das Kostüm unseres Kommandanten-Fuzzis bekommen. Und das sollte eigentlich dann reichen. Und auch da schaust du jetzt doch jemanden, der dir das Kostüm entgegennimmt, oder schaust du das alleine? Ich gucke nochmal zu dem Häuschen, wie hoch sind die Fenster? Kann ich da alleine rein rausklettern? Ja, das geht schon, wenn du ranhüpfst, dann geht das schon, ja. Aber nicht, wenn ich da noch Kleidung tragen will. Na, die musst du vielleicht erst rausgeben und dann hinterher krabbeln. Okay. Nee, 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 komm kurz mit mir. Du musst mir auch einen Tauschsack anreichen. Sie fängt einfach so, versucht nebenher, Staphy, so immer so ein paar Klamotten zu klaren und das so ein kleines Beutelchen zu drehen, bis sie später da ablegen kann. Okay. Ich schlenke auf jeden Fall die Wachen ab und rufe schon mal die Gardisten. Sind ja die Bräutel von denen. Habt ihr vielleicht einen so einen ganz kleinen Gardisten dabei? So ungefähr? Ey, was willst du denn von uns? Ich will nur wissen, ob wir so einen so kleinen dabei haben. Nein. Ich bin unbekleidet. Ich habe gehört, das finden Menschen nicht gut. Ja, bleib mal lieber, wo der Pfeffer wächst. Ein Siegenhintern. Ja, und wie ist es jetzt mit diesen kleinen Gardisten? Gibt keine kleinen Gardisten. Wir haben keine Schwächlinge bei uns. Hui. Vielleicht sollte ich bei euch anfangen. Das hört sich gut an. Also ein bärtiges Tier wie du, ich weiß nicht. Was? Das ist der feinste Schnurrbart in ganz Wottiga. Also bitte. Ah ja, na ja. Und sie drehen sich wieder weg. Damit die beiden genau da reinschlüpfen, sneaken können. Ja. Also sie sind auf jeden Fall auf dich fokussiert, aber du hast jetzt nicht den Eindruck, dass sie dich mögen. Ist ja okay. Ich schäbe mich aus dem Zuber raus. Ja. Sehr gut. Batsch. Und als du rausgehst, ist der Zuber nur noch so bis zu einem Drittel mit Wasser gefüllt. Ach, das ist doch noch so viel. Das ist ... Händs, weißt du mal an, bitte. Ja, dann ziehe ich mich mal flugs wieder an. Ja. Ich nicht. Du nicht? Okay. Halt es, wenn man hier schneller ... Du solltest dich wieder anziehen, wenn wir hier schnell raus müssen. Ach, dir ist das egal, ne? Ja, Menschen. Hauptsache, du hast deine Kohle noch immer da, wo du wundernst. Ich weiß schon, wo. Ich verrate dir nicht, wo. Sie riechen nach Ziege, ich habe eine Idee. Während die anderen damit beschäftigt sind, an der Bar ist eine Bar-Person oder mehrere? An der Bar ist der Wirt. Brego, der Wirt, der die vier bedient und auf ihre Wehwehchen Rücksicht nimmt. Und dann Trixi schwirrt halt rum und Uwe Balder ist halt beim Hauptmann und ist beim Hauptmann im Pool. Ich würde dem Wirt nämlich gerne ... Wie wirkt der Wirt auf mich? Wirkt der so ein bisschen blitzgescheit oder ... Er wirkt vor allem ein bisschen gelangweilt. Gut, ich würde ihm gerne eine Anregung mitgeben, dass die armen Wachen jetzt ja doch eine Entspannung verdienen und deswegen großzügiger mit den Alkoholikern sein soll. Ihnen gegenüber, weil ... Kostet aber entspannt. Entspannt sein und so weiter. Naja, wie gesagt, ein Zauber ist das, die Einflüsterung. Ja. Das passen würde und Weisheit ist mit uns Wurf. Gegen welchen Schwierigkeiten? Ich habe ihm vorher einen bösen Blick zugewürfen, sodass er ein wenig im Nachteil ist. Es gelingt dir, ihn zu bezaubern. Also, der Alkohol fließt. Ja, und dann zauberst du ihn, er blitzt so kurz in den Augen auf und dann dreht er sich um und schenkt ordentlich nach. Oh, Schomboko, sag ihm, dass die auch baden wollen. Oder dass das bezahlt ist. Ja, er schenkt halt einfach den Jungs aus und wenn du das da rüberrufst, dann brusten die da zu und sind auf einmal ganz freundlich zu dir. Ja, wenn das so ist, dann werden wir mal ordentlich zu lang, ne Jungs? Ja, und ihr stinkt auch ein bisschen. Wie wäre es mit baden? Na, nicht im Dienst. Wie lange ist der Dienst? Was soll denn hier passieren? Lass die noch ein bisschen trinken, dann sind die in der Stimmung. Wie lange ist denn Dienst? Wie lange müsst ihr noch Dienst machen? Heute haben wir es bis zur Mitternacht. Wir müssen da hier den Gefangenen noch bis zum Narra holen und dann bis zum Marktplatz, wo er dann... Ah, der hat es doch verdient. Ja, ist so ein richtiger... Ein kleiner Plach. Ja, bloß weg damit. Kaugt nichts. Prost. Ich habe wahrscheinlich... Auf die Wache. Prost. Auf die Wache, jawohl. Auf die guten Bürger von Wottiger und alle anderen. Und auf die gute Wache. Und den Hauptmann. Genau. Und Hauptmann zu Konol. Der Beste. Und das gute Wetter. Ja, und immer dann, wenn sie abgesetzt haben, kommt es das Nächste. Ja, und einer nach dem anderen geht er durch. Und ihr merkt denn schon langsam, sie werden langsamer mit dem Gläser heben. Aber der Wirt schenkt nach. So, er schenkt nach. Echter Grübe. So ist das gut. Ein guter Wirt. Großartig. Der versteht seinen Job. So, jetzt. Genau. Während die sich besarfen, ist Adriana beim Badehaus angekommen, also beim Privatbereich angekommen. Und er springt aus der Fenster mal hoch, guckt aber nur vorsichtig drüber. Was sieht sie denn da? Du siehst Hauptmann zu Konol, wie er in seinem Pool planscht und mit zwei so Quietscheentchen spielt. Während der Ubalda ein bisschen Duftöle nachschenkt, also in das Wasser kippt und ihm dann mit dem Schwamm halt den Rücken wäscht. Und immer so richtig, richtig sauber rubbeln, der Schmutz des Verbrechens muss porentief raus. Ich würde kotzen, wenn ich essen müsste. Ja, er hat auch gerade zugegeben, dass er der Verbrecher ist. Ja, das stimmt. Gut, also Adriana hat sich aber dann auf den Rücken so ein kleines Bündel dreckige Kleidung anderer Leute geschnallt quasi, für den Austausch bereit. Und ein etwas größeres Handtuch hat sie sich quasi einfach übergeworfen. Das bedeckt sie zu großen Teilen und würde sich dann, sobald sich ein günstiger Moment ergibt, am Fenster hochziehen, um in den Privatbereich einzudringen. Ja, das möchtest du wahrscheinlich ungesehen machen. Natürlich, deswegen kann ich das Handtuch auch aus, da kann sie kamouflagen im Badehaus. Okay, dann... Du bist kein Gespenst. Dann würfel mir doch mal bitte eine Probe auf Heimlichkeit. Yes. Schnappen meinen B20. Na gut. Wo ist denn jetzt hier? Mein Bogen, vielleicht habe ich einen Plus da drauf. Mensch, da. Viel. Ja, ich habe Plus sieben drauf. Dann habe ich hier schnuckelige 26 für dich. Um Gottes Willen. Also du bist eins mit der Wand, wie du langsam hinuntergleitest. Du unter den Wäschesack und ungesehen, ungesehen hineinkommst. Dann versuche ich mich weiter zu schleichen, dort wo der Kommandant sich in der Kleidung entledigt hat. Ja, das ist hinter diesem Holzverschlag, hängt das alles. Und dann dort einen Austausch durchzuführen. Genau. Du kannst es tauschen. Und die Maske setze ich mir schon mal auf. Ich habe keinen Platz mehr. So viel Kleidung von Menschen, dann was gegen mir. Wie sieht das aus, das Kostüm? Also es ist so ein großer roter Umhang eben. Oder ein Überwurf vielmehr. Und er hat in der Schulter so Rüschchen und dann hat er so Goldverzierungen drin und ein bisschen Fähnchen und ein bisschen Sachen, die rumfliegen. Ein paar Federn. Wirklich bunt und pompös. Vor allem rot. Schön zusammengestaucht, dann wird das Handtuch wieder übergeworfen, damit es nicht aussieht wie ein roter Teppich mit Fransen, der versucht, sich durch den Bad rauszuschleichen. Und wieder versucht, auf dem gleichen Wege herauszukommen. Ja, ach komm, gib mir doch noch einen Wurf. Das ist kein Problem. Du machst das so gut. Das ist einfach schon wieder eine 19. Das heißt, ich habe den gleichen Wert wie eben. Alles klar. Also du, es ist ein Traum. Wenn dich denn nur die anderen sehen könnten, wie gut du das machst. Aber du bist ja so gut, dass wir dich nicht sehen. Was passiert eigentlich, wenn eine Marionette beim Schleichen über einen Stock tritt? Das ist dann quasi Kannibalismus? Körperverletzung. Oh Gott, hoffentlich war das nicht meine Knochen. Schon wieder. Also du huschst halt raus, wieder durchs Fenster und schiebst dann den Kartoffelsack halt vor dir her und hüpfst dann halt durchs Fenster raus und ja, du hast den Sack mit dem Kostüm. Ohne dass es jemand gibt. Ich hoffe, der Rest ist genauso erfolgreich. Genau, was machen die anderen derweil? Ja, wenn die so richtig voll sind, also schon gut angeheitert. Die sind schon gut. Suche ich einmal Blickkontakt zu den anderen, mache dann einmal ganz unauffällig so. Genau, Olga, mach es. Kommt aus dem Zuber. Cool. Und dann bewege ich mich tatsächlich mit der ganzen Größe, die ich habe, möglichst breit auf die Leute irgendwie zu, dass sie jetzt nicht glauben, dass ich mich, wenn ich mich besonders breit hinstelle, dass ich noch breiter aussehe und ja, stelle mich dazu und fange an mit den Typen ganz vorne zu schäkern, so, oh, auch hier, das ist ja schon, ah, das ist aber, du bist aber ein kleiner Kerl, guck mal, das ist aber, guck mal, ganz niedlich und dann drücke ich mir den einen hier so an die Möpse dran und den anderen da so dran und ja, versuche das möglichst cringy tatsächlich. Ja, ja, sie sagen irgendwas, aber du drückst sie mit den Wangen so doll an deine Brust, dass da nur noch Genuschel bei rauskommt. Die Zeit nutze ich, um meine schon vorbereiteten Wäschehäufchen per Magierhand auszutauschen mit den, von den anderen. Mit den anderen? Respekt. Es gelingt dir auf jeden Fall, der Wirt Brego schenkt weiter nach, er kriegt das gar nicht mit, die zwei kleben da am Busen und die anderen beiden gucken aus einer Mischung aus Entsetzen und Faszination eben, wie er da zu dritt kuschelt und es gelingt dir. Kriege ich das mit? Perfekt. Ja, du siehst ja, wie so ein Wäschehaufen so hinfliegt und dann so zupft und dann so ein Kostüm wieder verschwindet. Traumhaft. Und dann noch eins. Und noch eins. Genau. Wenn die Sache erledigt ist, dann nehme ich den einen hier so, im Prinzip so hoch und sage, du weißt schon, dass die einzige Möglichkeit ist, dass du endlich die Klappe hältst, dass man deinen Mund nur mit einem Kuss verschließen kann. Und dann lasse ich ihn los und sage, aber ein Punch würde auch reichen. Und du siehst schon, wie er seine Lippen spitzt. Dann schiebe ich ihn weg, aber das würde einfach, das würde zu weit gehen. Und dann nuschelt es aus der anderen Ecke. Bin ich dann jetzt dran? Egal, jetzt musst du ihn heiraten und ich komme mal aus dem Ding raus. Ich glaube, ich muss mir langsam meine Klamotten organisieren. Das scheint dem Ende entgegenzugehen. Und dann kriege ich dann einen riesengroßen Kuss hier vorne auf die Stirn drauf. Schön nass. Und dann lege ich den an der Bar ab. Ja, und der sitzt völlig fertig da. Gut, wir sind dann ja jetzt gereinigt. Dann können wir ja jetzt gehen. Auch immer willst du gehen, wenn gerade lustig wird. Ja, genau dann. Weil sonst wird es nicht mehr schön, wenn du gehst. Jetzt werden sie dich alle vermissen. Das stimmt, es ist immer gut, wenn sie mich vermissen. Genau. Gib ihnen noch allen einen Abschiedskuss. Dann musst du sie heiraten. Dann gucke ich dich böse an. Und dann mache ich das. Okay. Trixi, bitte lass mir noch mal meine Klamotten bringen. Sie guckt kurz rum und dann erspäht sie deinen Haufen. Du hast ja alles, ne? Ja, ja. Er ist eine Ziege, er kackt einfach überall hin. Und dann kommt sie beladen mit dem Zeug und eilt dir zum Zuber. Dann kriegt sie erst noch eine Kohle. Zugüte ich, zugüte ich. Sie nimmt sie, taucht sie kurz in das Wasser ein von deinem Zuber und dann steckt sie sie ein. Das ist halt schön. Na, beha. Er war doch eh schon aktiv Kohle. Dann ziehe ich mal alles, bis auf das Kettenhemd an, das nirgst du unter den Arm. Genau. Da habe ich mich erstaunlicherweise gar nicht groß ausziehen müssen die ganze Zeit. Insofern. Das ist gar nicht schlecht. Das stimmt wohl. Ich habe aber plötzlich einen Beutel mehr dabei. Einen relativ großen Wäschebeutel. Aber es fällt gar nicht auf, glaube ich. Den klemme ich mir einfach unter den Arm, weil bei mir sieht der normal aus. Richtig. Und ich gebe Trixi noch zum Abschied. Ein kleines Amulett mit den heiligen Knochensplittern eines. Heiligen Nikomendo. Damit sie immer bekommt, was sie verdient. Ja, sie nimmt es entgegen, schaut es kurz an. Du, du hast aber so lange gebraucht. Sie beißt kurz rein, verzieht dann aber das Gesicht und sagt dann ganz freundlich, ja, auf Wiedersehen, beehren Sie uns bald wieder. Aber es eilt nicht. Wir gehen raus. So war doch ein Riesenspaar. Das stimmt. Einmal die Woche baden reicht. Der Adriana geht im Schatten unter den großen Beutel, den Helga trägt. Das ist quasi auch unsichtbar. Wo ist die Lady? Die wartet draußen auf uns. Die hat es eilig. Deswegen müssen wir leider jetzt auch gehen. Sie hat ein dringendes Bedürfnis. Wo ist mein Wagen? Ich könnte auch nochmal kacken gehen. Dafür ist es zu spät. Wir müssen bis zum fünften Glockenschlag dort sein. Ja, das hätte ich auch eher hingekriegt. Naja. Noch liegt der gut in der Zeit. Helga braucht zum Kacken nicht mal einen halben Glockenschlag. Das ist schon reichlich. Helga, mach es einfach auf der Straße und sag die Pferde waren. Das habe ich schon mal gemacht. Das funktioniert wunderbar. Also ich weiß, bei einer Marionette überlege ich gerade, was rauskommt. Irgendwie wäre hart. Gar nichts. Aber sonst? Es kommt nichts raus. Es kommt nichts raus. Es kommt nichts raus. Es kommt nichts raus. Nüßlein. Nüßlein muss es auch geben, ja. Eine Hadelnuss. Genau, ich kackele nur einmal. Ja, eine Hadelnuss. Trixi, schiebt euch langsam raus. Tschüss, Trixi. Tschüss, Trixi. Mit einem gewissen Nachhans. War sehr angenehm bei euch. Ich winke meinen Jungs zu. Pult voll. Dann verabschiede ich mich mit ihm. Siehst du, Schmalhans, sie haben uns an alle vier Regeln gehalten. Alles ganz. Doppelt hält besser. Jedenfalls, Schmalhans steht draußen vor der Tür, aus der ihr gerade rausgeschoben wurdet. Und vor euch steht so ein schöner, prunkvoll verzierter Karren auf zwei Achsen. Davor zwei schöne, weiße Maultiere gespannt, mit ein bisschen Fähnchen drauf. Sieht ganz nett aus und halt auffällig. Das wird wohl der Redingote-Wagen sein, auf dem dann später der Gefangene durch die Stadt gefahren und gleichzeitig präsentiert wird. Das ist perfekt. Den nehmen wir. Unser Gefährt. Lady. Unser Fahrzeug steht bereit. Dankeschön. Einer von euch muss das hier tragen. Mir passt das nicht. Sie wirft das schon mal, die Klamotten des Kommandants hinten auf den Wagen drauf. Ich fange die auf und lege sie oben drauf. Danke, Helga. Du bist ja immer besser drin. Was macht ihr denn da? Ich ziehe mir vor seinen Augen eine von den Rüstungen-Dingsis da an von einem Gardisten und sage, wir sind die Gardisten, tschüss. Es wurde der Auftrag gegeben, den Wagen schon mal fortzufahren. Und das ist unsere Lady. Und dann schiebe ich sie rein und mache irgendwie, keine Ahnung. Das ist alles genau richtig so. Ach so. Ja, ja. Na, wenn das alles so richtig ist. Oh, aber schmal, als was ich gesehen habe, dort drin ist. Dort drin ist unsere, wir haben die Wachen abgelöst. Das ist ja Ablöse gerade. Der Glockenschlag, die fehlt, weil der Ablöse. Und mir ist aufgefallen, unsere KollegInnen, die haben einfach die Möbel in die Waschzuber gestellt. Oh, sowas Schlimmes. Sie greifen sich an den Möbeln. Ich finde, es war meine Pflicht, dir das mitzuteilen. Und auch wenn es meine Kollegen sind, es fällt mir schweren Herzens, ignorieren sie deine Regeln. Das bricht mir. Das geht so aber nicht. Mir würde ein Ast abbrechen, hätte ich einen. Und der eine hat sehr anzüglich gegenüber der Bedienung geguckt. Dem Wirt. Obwohl der immer gut nachschenkt. Das geht so aber nicht. Ich muss sagen, der Kommandant ist nicht nur mit Quietschhändchen am Spielen. Obalda sieht nicht glücklich aus. Der. Oh. Na warte. Er schwingt seinen Schiffsruder über die Schulter, reißt die Tür auf, die es fast aus den Angeln reißt. Und stapft rein. Obalda. Ich komme. Hat der einen Kutschbock oder sowas? Ja. Der Wagen? Ja. Wer kann von uns kutschieren? Ach, ich sitze da drauf. Das passt ja. Gut. Passt gut. Du bist sowieso schon umgezogen. Aber lege ich den Wagen irgendwo verstecken? Also wäre da Platz? Wir müssen damit den Sonnen abholen. Genau. Genau. Sonst kriegen wir den nicht. Also es ist so ein halb hoher Wagen. Also eine kleine Person kann sich halt vielleicht unten reinlegen, um sich zu verstecken. Aber die normale Gangart ist, sitzen Leute halt vorne auf dem Kutschbock, die anderen hinten und der Gefangene wird dann stehend durch die Stadt gefahren. Stehen und gefesselt. Wunderbar. Und der Hauptmann steht wo üblicherweise da? Natürlich vorn. Vorn. Das ist gut. Ich glaube, ich sollte den Hauptmann geben. Du hast auch die beste Aura da von uns allen für. Das solltest du tun. Vor allen Dingen, ich mache einmal Schnips und sehe aus wie der Hauptmann. Helga, der Hauptmann, guck mal. Ich will ihn knutschen. Und jetzt ziehe ich mir die Klamotten des Hauptmanns an. Nimm einfach diese zwei Mäntel am besten. Und das passt schon irgendwie. Und ich verstecke mich einfach unter dem Mantel hinter dir. Das machen wir so. Aber bitte rutsch nicht zu weit zurück. Die haben ihm doch gerade gar nicht wehgetan. Deswegen müssen wir jetzt ganz schnell los. Jetzt ist der Schmalhans da reingegangen und haut ihn mit dem Paddel auf den Kopf. Ich fand ihn einfach nicht sympathisch. Es tut mir leid. Dann lache ich. Es tut mir sehr leid, dass du es nicht durftest. Ah, wir kommen da schon. Du hättest viel mehr Freude gehabt. Aber wir werden die Chance haben, dass du deine Bratpfanne einsetzen darfst. Und dann machen wir das? Dann setze ich dir eine Maske auf. Auf zum Hauptgefängnis! Ja! So eine Brille mit so einer Nase und einem Schnubber? Okay. Genau, richtig. Und irgendwie, wir finden, irgendein Kostüm wird schon zurecht. Also, wir sitzen dann wie folgt. Rossellione vorne mit der Kommandantenrüstung, korrekt. Und neben auf dem Kutschbock dann noch Antonio. Hinten sitzt dann Helga, weil mir passt nicht neben Helga wahrscheinlich. Richtig. In einer Mischung zwei Uniformen zu einer funktioniert. So ein bisschen um den Bauch gebunden. Lady ist dabei noch so ein bisschen am Nähen hinten, damit die Umhänge auch zusammenpassen. Weil Lady versteckt sich unter dem Umhang hinter Helga. Und ab und zu haut sie mit ihren kleinen Holzchen noch so auf Helgas Hintern. Helga, weiter nach vorne. Ich kriege keine Luft hier. Helga! Oh ja, Moment. Und ich mache mal so. Aber es passt ja. Zwei Uniformen, zwei Wesen. Also, perfekt. Alles klar. Also, so perfekt vorbereitet. Er rollt ihr dann halt Richtung dem Hauptgefängnis. Ja, dem Hauptgefängnis. Und ihr seht auch schon die feiernden Meute, die euch schon zujubelt und schon so ein bisschen Rödinggote, Rödinggote ruft. Und ihr geht dann halt... Er hat es verdient! Hey! Und man jubelt euch zu, macht natürlich der Kutsch auch Platz. Also, so gut es denn halt geht. Lächeln und winken. Genau. Und ihr zieht dann auch schon lange so eine kleine Traube hinter euch her. Und dann rollt ihr halt durch die Straßen und durch die Gassen und dann über die große Fischkretenbrücke dem etwas abseits gelegenen Stadtgefängnis entgegen. Es ist vielmehr so eine bebaute Insel, die von unten bis oben halt mit steinernen Wänden halt in den Himmel ragt und ganz oben so ein paar vergitterte Fenster hat. Und ihr rollt dann halt da über diese Brücke rüber zum großen Haupttor, so ein eisenbeschlagenes Eichentor. Dann klopft ihr wahrscheinlich mal ganz kurz gegen und dann mit einem Knarren öffnet sich dann diese Front. Ihr rollt rein und hinter euch wird es natürlich wieder geschlossen. Das steht dann halt im Innenhof. Zwei Gardisten halt am Tor hinter euch, zwei weitere im Eingangsbereich zum Hauptgebäude. Ja, und dann kommt dann auch schon so ein schmieriger Hauptwärter aus dem Haus in den Hof. Ah, pünktlich auf den Gong. Und ihr hört es, Gong, fünfte Gong der Nacht. Ja, Herr Hauptmann, Herr Hauptmann, alles ist schon vorbereitet. Sehr gut, bringen Sie den Gefangenen. Ah, servo, 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 servo. Und er schwingt halt um. Bringen wir es hinter uns. Ruft dann, den Gefangenen. Und dann hört ihr es so aus dem Korridär im Haus schon so schlürfen und schleifen. Und so tatsch, tatsch, tatsch. Und zwei weitere Gardisten schleifen quasi so jeweils unter dem Arm gegriffen eine Figur in den Innenhof. Ihr seht, es ist eine schmale Gestalt, menschlich, mittelgroß, hat ein so ein leicht rotes Kostüm an. Ihr seht, natürlich ist es rot, weil vorne im Brustbereich kleben schon so ein paar Bluttropfen, damit man die nicht so sieht. Und Hände und Kopf bzw. Gesicht sind so ganz weiß gepudert und dann so mit rotem Lippenstift und so ein bisschen mit Kremasse angemalt. Der Gefangene hat zwei, hat an den Knöcheln und an den Händen so schwere Eisenfesseln. Und ja, sie setzen ihn dann ab. Und er kann halt kaum laufen, also er scheint schon arg geschunden zu sein. Ja, verdient! Sieht er wenigstens so aus, wie der, den wir holen sollen? Ja, ja, das ist er, das ist er. Ich spring runter und sammle den ein. Also, ganz selbstbewusst so. Sankt Warno, die Mastarderi. Genau. Und räumt mich nicht bereit, dein Schicksal. Er schockiert irgendwie in deinem Umhang fest. Genau, das ist er, dieser Schuft. Hier, nehmt ihn. Bist du bereit, deinem Schicksal entgegenzutreten? Ich nehm ihn einfach mit. Er guckt sich mit blutunterlaufenden Augen an und spuckt auf den Fußboden. Das nehme ich mal als Ja. Nun komm mit, Kollege. Ist nicht mehr weit. Tut doch gar nicht weh. Zu dem Wächter. Ha, ich liebe es, wenn sie ein wenig widerspenstig sind. Gibt keinem so ein bisschen mehr. Er klopft dir auf die Schulter. Jedenfalls, als ihr den Gefangenen in Empfang nehmt, hört ihr von der anderen Seite des Hofes, wie so ein tiefes Knurren aus dem Schatten erwächst. Dann seht ihr eine Bewegung und ein großer Wolfsähnlicher Hund mit einem Stachelhalsband schreitet aus der Ecke hervor und fletscht die Zähne. Wir haben auch ne Helga. Und knurrt euch an. Der Hauptmann da rauf. Ha, Rusko. Rusko sieht, riecht Galgenvögel schon aus einer Meile Entfernung, aber ich weiß auch nicht, was er da jetzt hat. Na ja, hier, der Kerl. Schaut Gott, hier. Wer ist an Bord? Also, er freut sich wahrscheinlich auch schon. Rusko, der große Wolfsfunde, schreitet langsam auf euch zu und knurrt und knurrt und knurrt. Und ihr seht, wie sich die Mine des Hauptwärters langsam verzieht. Irgendwas stimmt an mich. Ich greife in meine Tasche und hole irgendwie noch Schinken oder sowas, was ich noch so habe, raus und sage, das muss er regeln. Ich glaube das da und halte ihm das hin. Na, oder wirfst du es ihm gleich hin? Ja, ja. Ach so, ja, also du wirfst es ihm hin und er springt halt auf und im Flug reißt er es aus der Luft und zerfleddert es. Das war das, das war das. Ganz eindeutig. Wir ziehen dann mal los. Wir wollen ja die Leute hier nicht warten lassen auf die Hälfte. Ja, ja, der Hauptwärter schaut rum. Ja, 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 aber Herr Hauptmann, Herr Hauptmann. Wir sprechen da später drüber. Der Schlüssel für die Fessel. Oh, ja. Den werden wir nicht brauchen, aber gib her. Rein Vorsichtshalber. Er gibt euch noch den großen eisernen Schlüssel für die Fesseln eben und die Ketten. Sehr gut, sehr gut. Dann, ähm, äh, gute Fahrt und, äh, mit Verlaub. Fröhliches Kopf ab. Viel Spaß. Ja. Ach so, dann fest. Wie laufen die Wetten eigentlich? Wie viele Schläge braucht der Henker? Also, ich sage, er ist gut drauf. Er schafft es in Zweien. In. Also, der Henker Leonardo wird es, nein, er kann es, problemlos mit einem Hieb, na, Kopf vom Hals ab. Auf jeden Fall. Ja, aber ich kann mir vorstellen, für die Menge muss ja was geboten werden. Also, vielleicht, ne, ist nicht ganz so genau, ne, beim ersten Hieb und beim zweiten, ne. Ja, deswegen, ich glaube zwei. Wäre gut, wäre gut. Na gut, also. Also dann, gute Fahrt. Also, auf geht's. Und ich kann mir nicht verkneifen, ich muss Helga noch nach hinten zu rufen. Gut, dass du nicht Stöckchen geworfen hast. Und, äh, reite los. Kutsche los. Ja, und das Tor öffnet sich. Ihr dürft mit dem Wagen nach draußen fahren und hinter euch fallen die zwei schweren Eisentore wieder ins Schloss. Ich mag's nicht, im Knast zu sein. Als wir in sicherer Entfernung sind, hebt sich Helgas Umgang hinten und ein böses Puppen und macht so, ich finde es unglaublich dreist, Sprüche auf meine Kosten, wenn ich nicht reden kann. Bist du so feige? Ah, es hat sich angeboten, weil Helga auf dir saß. Ja, übrigens, hallo. Und sie guckt hoch zum Gefangenen. Schöne Grüße noch am Vater. Äh. Was? Du musst heute nicht sterben, du hast Glück. Ja, wirf mal in die Schüssel rüber. Ich mach schon mal auf. Ja, ich reich dir nach hinten. So, die Frage ist, wie kommen wir jetzt hier aus dieser scheiß Stadt raus? Wir sollten schon den eigentlichen... Raus ist der Einverteil. Nee, wir sollten schon einigermaßen den richtigen Weg fahren. So Piazza Granda, damit es nicht zu auffällig ist. Und sobald sich eine günstige Lage ergibt... Der Schlüssel ist aber auch ganz schön... Passt ja nicht gut rein. Sollten wir stiften gehen. Ich mach das schon mal auf, ja? Und, äh, ja. Und dann macht's klick, ohne das schweren Fesseln fahren zu... Ach, wird er aufzauert. Ja, da... Ja, aber jetzt tu mal so, ich hätte sie noch anlegen. Nimm die mal wieder hier hoch, wir lassen die nur auf. Das ist uns zu auffällig. Oder wird das nur... Von so einem Holzgestripp, wie dir nichts sagen. Okay, wir... Jetzt hältst du mal ein bisschen die Fresse, Kollege, sonst verbiege ich dir deine Visage. Dann kannst du ungeschminkt überall auftreten. Das sag ich dir. Und dann guck ich böse. Dein Vater wird davon erfahren. Wir sind wegen deinem Vater hier, du Holzkopf. Dass ich das mal sagen muss. Komm mal runter. Wir kriegen dich hier raus, aber du musst die Felser noch mal kurz tragen. Ich warne euch. Ja, damit dein Vater dich wieder in seine Arme schließen kann, musst du einen Moment noch gute Miene zum bösen Spiel machen. Und ansonsten haut dir die Helga die Qualle aus dem Drömel. Weil sonst könnte es passieren, dass Leute auf die Idee kommen, deine Hinrichtung in ihre eigenen Hände zu nehmen, wenn sie denken, dass du flüchtig bist. Das würdet ihr nicht wagen. Nicht wir. Das Volk, das um uns herum... Ich winke. Seht ihn, seht ihn, den großen Missetäter. Und als du das rausrufst, die Leute kommen und kommen und bilden eine große Traube. Red den Gute, red den Gute. Kopf ab, Kopf ab, Kopf ab, Kopf ab, Kopf ab. Und sie jubeln euch zu. Sprechchöre starten ist was Geiles. Ich will auch mal Kopf ab, Kopf ab. Ich warte darauf, dass sie endlich mit Essen schmeißen. Führt die Strecke eigentlich irgendwie irgendwann zwischendurch nah am Hafen vorbei? Ja, also sie wird halt durch die Stadt führen. Der Biasa Grande ist halt schon ein Stück weg und ihr könnt dann sicherlich irgendwo mal dann abzweigen. Also laut Stadtplan werdet ihr irgendwo dann abzweigen können, wo es dann nicht mehr allzu weit ist bis zu eurem Beiboot. Aber Just im Moment steht erstmal, seid ihr da in dieser Gasse oder auf der Straße, umringt von Leuten und es geht keinen Meter voran. Wir müssen vorher, sonst können wir ihn nicht der Gerechtigkeit zufügen. Macht Platz für die Gerechtigkeit. Verpisst euch! Ich fühle mich wichtig. Dann, als du verpisst euch gerufen hast, machen sie so ganz langsam Platz. Oder wollt ihr an seine Stelle? Und sie machen schneller Platz. Tauscht mit ihm den Platz. Geht doch! Oh, und dann fangen sie auch an, so abgebissene Äpfel und sowas dem Gefangenen entgegenzuwerfen. Werft was anständiges, Pöbel! Schinken wäre gut. Schinken, genau. Diese kreis Schinkbohnen! Schinkt ihn! Schinkt ihn! Sie werfen ihn mit Essensresten, aber wirklich nur die Reste. Ach, wie scheiße! Da ist doch gar kein Fleisch mehr dran an dem Scheißknochen, der kann es behalten! Ja, und dann macht sich tatsächlich vor euch die Meute etwas schneller Platz. Man könnte sogar fast sagen, sie schiebt sich an eurem Wagen vorbei, hinter den Wagen. Sehr gut. Weil, als der Blick auf die Straße frei wird, stapft da ein großer, mit tief unterlaufenden Augen blickender Zuchtbulle. in die Straße hinein und versperrt den Weg. Und er guckt rum, verwirrt, dieser Lärm, diese Gerüche. Und ihr könnt euch vorstellen, sobald ihr eins von den roten Kostümen seht, wird es ganz böse enden. Hm. Ich sehe ja nichts. Ich bin unter dem Umgang versteckt. Ich bringe gar nichts mit. Ah, du hältst ihn raus. Ah ja. Wir haben doch diese Uniform, diese, ja, okay. Die sind rot. Was ist, ja, leider kein Kostümen. Unter anderem. Und vor allen Dingen haben wir da einen sehr rot gekleideten Typen drauf. Hm. Ich gebe fürchterlich Gas bei diesen Pferden. Mach dich doch mal klein. Und das Kittenspielspiel. Sag dich mal klein. Wer ist das Hühnchenbulle? Und schießt los. Ich halte die Lady fest und, äh, den Typen vorne. Und gibt es eine Möglichkeit, vorher schon abzubiegen, oder muss man auf ihn zu? Ähm, wir müssen noch ein ganzes Stück durch die Straße. Das wäre mir auch egal. Ja, ja, das kann ja sein, dass wir ausweichen könnten. Ach so, na, er steht. In der Seitengasse. Also, es ist, na, wieder Zufall, so schlecht ist unmöglich. Er steht halt in der Gasse und neben euch und hinter euch, die, die euch noch zujubelnde oder teilt jetzt etwas erschrockene Meute, ähm, ihr müsst da jetzt irgendwie an diesem Stier vorbei und, äh, die, die Pferde, die, die scheuen sich, sie wollen nicht so richtig, äh, die, die Maultiere, sie wollen nicht so richtig. Wo stehen wir denn, Helga? Warum stehen wir? Hier vorne ist ein Stier. Ein Stier? Ja. Ja, mach ihn bei den Hörnern. Mach ihn weg. Ja, aber der findet uns, der findet uns blöd. Ja, dann mach ihn jetzt weg. Kann der von uns mit Tieren? Ich, ähm, ich guck so mein Schwert an. Ich kann ganz gut mit Tieren. Das ist auch eine Möglichkeit. Dann gibt's Fleisch, aber ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben. Dann muss ich, dann muss ich euch absetzen, Lady. Das ist in Ordnung. Lass einfach in der Ummenge hier. Das passt. Dann, ähm, mach ich jetzt einmal diesen hier. Und setz die Lady hinten ab und steige ab. Ich mach das schon. Sehr gut. Und beseitige er das, äh, sie das, äh, Hindernis. Du hast dein farbenfrohes, dein farbenfrohes Outfit noch an? Ähm, das, naja, klar, muss ich ja ansonsten. Ich bin ja auch vom Kutschbock mit meinem Schwert gezogen. Ich nehme ein bisschen die, äh, ziehe das, diesen Umhang ab. Oh, als du mit dem Umhang loswiedelst, äh, der große Stier, die aus der Morgen geruft ist, Benedikt, Benedikt, Benedikt. Was heißt der offenbar? Der wohlbekannte Stier. Ähm, ja. Dafür, dass eine Wand hinter deinem Mantel ist. Das hab ich, das war meine, meine Idee, ja. Er fängt dich an zu fokussieren und dann hängt er sein Haupt, richtet dir seine Hörner entgegen und beginnt mit den Hufen zu scharren. Na komm, 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 komm. Und ich stelle mich möglichst so, dass ich in der Nähe einer Hauswand stehe. In der Hoffnung, dass er da reinknallt. Wobei, vielleicht machen wir es anders. Wir machen die ersten zwei normal und dann den dritten vor die Hauswand. Machen wir es so. Für mehr Show. Für mehr Show, genau. Ich wedel mit den Schwerden. Wir müssen ja üben. Ich sehe, dass Selka das im Griff hat und pose ein bisschen. Ihr müsst Benedikt dringend kastrieren, der ist ein bisschen ungestüm. Niemals. Wir können das gerne übernehmen. Niemals, ruft es aus der Menge. Innerlich ärgere ich mich total, dass ich gerade in einer anderen Rolle bin, weil ich sehe schon irgendwie die Goldmünzen-Klimpern für Wetten auf gesehen. Und dann Benedikt stürmt los. Ein Berg von fleischsetzigen Bewegungen, Muskeln pur, Aggression pur und diese zwei großen spitzen Hörner voraus. Medium. Er stürmt auf dich los. Wir brauchen wirklich eine große Bratpfanne. Richtig. Die Frage ist, kannst du seinem ungestümen Treiben rechtzeitig ausweichen? Das werden wir erleben. Mach doch mal bitte einen Ruf auf, ich glaube, Akrobatik ist das. Akrobatik gut. Akrobatik, bitte. Akrobatik. Und das würfelt man womit? Mit Wattel. Hoffentlich Plus dein Wert. Nein, natürlich nicht Plus. Dann sind das zwölf. Und ja, Benedikt stürmt auf euch zu. Und im letzten Moment kannst du deinen geschäftigen Bauch noch zur Seite winden, während dein Kostüm leicht angerissen wird. Huch. Und Benedikt an dir vorbei stürmt. Ich glaube, der hat da so einen Z reingemacht, der Benedikt. Für Benedikt. B. Und er stürmt jetzt, reißt er an dir vorbei. Hinter dir die Meute, sie springt nach allen Seiten weg. Und ja, du bist ihm das erste Mal ausgerichtet. Er schaut irritiert auf und dreht sich zu dir um und nimmt dich wieder in den Blick. Ich triple noch ein bisschen weiter. Ich möchte nicht für die Show, nicht den zweiten daneben, sondern wir nehmen jetzt direkt die Mauer. Und ansonsten nehme ich auch nochmal in die andere Hand die Bratpfanne. Für den Notfall haue ich dir nämlich die noch auf die Ome. Also du weißt ganz genau, wenn dich Benedikt erwischt mit seiner gewalten Ochsen-Bullen-Kraft. Dann habe ich es hinter mir. Das zwiebelt böse. Mhm. Ja. Und dann stürmt er wieder auf dich zu. Dann versuche ich dann auch wieder im richtigen Moment den Ausfallschritt. Und ja, so sehen wir gar nichts. Ähm, es wird nicht besser. Es sind elf. So. Warst du schön? Ja. Also. Diesmal hat er besser geruffelt. Er wünscht ich mir sein. Moment, 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 Moment. Moment, äh, ich verwirre, äh, den Benedikt, indem ich ganz viel auf ihn einrede mit meinem Geplapper, weil es ist eine Kreatur, auf die es wirkt. Und er kriegt bitte einen, ähm, Abzug von, äh, 1W4 auf, äh, was auch immer er kann. Auf den Schaden, ja. Du sprichst stierisch? Ich spreche, äh, Geplapper. Ich kenne verrückte Leute. Einige davon sind Stiere. Ja, ähm, also, ne, ich schaue nochmal ganz kurz. Ah, ja. Genau. Ähm, also, er stürmt halt zu auf Helga. Und ihr könnt von oben, vom Kutschbock aus genau sehen, wie es Helga jetzt richtig, wie er Helga jetzt richtig aufs Horn nehmen wird, aber im letzten Moment bricht er seinen Ansturm für einen kurzen Augenblick ab, kommt ins Taumeln, reißt rum und erwischt Helga am anderen Ende des, äh, ihres Bauches. Au! Aber schlittert vorbei direkt in die Wand. Und, äh, ja. Und bricht da halt eben zwischen den Kisten, äh, ja, rein und schaut verwirrt. Der ist ein räudige Stute. Rappelt er sich da relativ schnell wieder hoch, oder? Er hat zu tun. Er hat zu tun. Springe ich wieder auf den Kutschbock. Springe rauf. Helga, komm, weiter. Das hast du super gemacht. Ich weiß nicht, warum er plötzlich sowas gemacht hat. Ich hab dich schon fliegen gesehen, aber das war super. Auf. Fahr los! Dann hänge ich mich wieder oben drauf, packe mir die Lady wieder unter die Klamotten und werfe mir den Oman über. Und, äh, die Menge jubelt euch zu. Hol aus dem Wagen raus, was der Wagen kann. Und ich winke. Die Menge jubelt euch zu. Die Stadtwache. Die Stadtwache. Spendet zuhauf. Auch für den Witwen- und Waisensfonds. Und ich wergere mich, dass es nicht meiner ist. Ja, und sie werfen euch wieder Dinge zu. Es fliegen Essensreste. Hüte. Wirft Geld. Wirft Geld. Und ein, zwei Kupfermünzen klimpern auch in euren Wagen. Das hast du gut gemacht, Helga. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber das klang auf jeden Fall nach einem zufriedenstellenden Ergebnis. Ich glaube, er hätte mich erwischt. Ich weiß nicht, was passiert ist. Sorry, gar nicht. Es war halt kein Echter Sturz. Lange noch zwei Arme und zwei Beine, das ist alles in Ordnung. Den Kopf brauchst du nicht. Es war halt ein Rindvieh. Ja, und ihr nehmt jetzt ein bisschen an Fahrt auf, bis ihr endlich diesen Stier hinter euch lassen könnt. Aber ja, vom Regen in die Traufe vor euch müsst ihr halt bald wieder mit dem Tempo runtergehen, weil natürlich die Straße mit Feiern dann voll ist. Zu eurer Linken, und euch umströmt ein Duft von Essen und Braten und Soßen. Zu eurer Linken, der Bratspieß, der gut auftischt, allerlei Spieß und so weiter. Und zu eurer Rechten, der sogenannte Ofenvogel. Und auch hier gibt es natürlich Dinge aus der Backröhre. Und es wird hin und her, und sie werfen auch ein bisschen Essen hin und her und sind angeregt, angeheizt. Wer denn jetzt hier der Bessere? Wir stehen gerne als Prüfer zur Verfügung. Werft Essen auf unseren Wagen. Tatsächlich, wenn ihr da so eine Geste macht, dann kommt natürlich ein etwas kräftigerer Herr mit so gekleckerter Schütze euch an und reicht euch sein Tablett mit schönen Bratspießen. Das duftet schon hervorragend. Das ist einem Hauptmann der Stadtwache angemessen, glaube ich. Und dann auf der anderen Seite ruft es, Herr Hauptmann, Herr Hauptmann. Und es wird eine große Schüssel gereicht mit Bratkartoffeln vom Ofenvogel. Probiert die zuerst. Probiert die zuerst. Helga, warum halten wir? Da gibt es was zu essen. Ach nein. Helga, koste einmal vor. Ich halte mein Gesicht da rein. Mumpf. Leckere Bratkartoffeln mit Soße und Knoblauch und im eigenen Sud. Und vielleicht sogar eine Brise Thymian dabei. Ach. Ich werde von beiden Seiten das gleichzeitig einklamm. Sehr lecker, mein Lieben. Aber wir gehen jetzt weiter. Und jetzt, Herr Hauptmann, Herr Hauptmann. Ja, ich stoppe alles in mich rein. Was schmeckt euch besser? Wir wollen es wissen. Und dann ruft es von der anderen Seite. Ja, was schmeckt euch besser? Ich gucke die beiden an. Ich glaube, es waren die Bratkartoffeln. Hört ihr die Bratkartoffeln? Ja, die Bratkartoffeln. Nein, die Spieße sind viel besser. Sie waren herausragend. Aber die Bratkartoffeln waren ein wenig besser im Abgang. Die Spieße. Helga sagt, wir müssen weiterfahren. Wir müssen doch nicht weiterfahren. Wir können doch noch was essen. Nein. Weißt du? Nein. Butter ist fett. Und fett verklumpt die Klumpozidien. Fahr los. Und dann fliegt Suppengeschirr von der anderen Sichtung. Und um euch rum, die Leute fangen an, sich in ein Handgemenge zu vertiefen. Helga sucht die schönste Pfanne aus. Und ihr könnt natürlich jetzt los. Es wäre gut. Ja. Aber jeder von euch muss mindestens einen Wurf auf Ausweich machen. Also Akrobatik, ob ihn nicht doch noch ein Geschirr oder ein Tropf oder Schlimmeres trifft. Auch ich, obwohl ich ein Teil Helgas umhauen bin? Nein, du nicht. 17. Also an dir fliegen die Serien vorbei, aber... Nee, ich habe nämlich ein Plus. Ich nicht. 15. Oh, das ist aber gut. Das ist aber gut. Auch an dir fliegen fiese, spitze Dinge aus Metall vorbei und treffen dich nicht. Ich habe in Summe eine 20. Genau, immer diesen hier und diesen hier und dann da weiter gegessen. Und auch du, Herr Hauptmann, kannst dich wunderbar drauf einlassen. Den Gefangenen treffen ein paar Dinge böse und... Aber der ist einfach nicht fit genug. Nuck dich! Oh, zu spät! Guck mal, du bist halt ein Arschloch. Und es batscht ihnen direkt ins Gesicht so ein faules Ei und... Mein Vater wird davon erfahren, ihr nichts nutze. Und ihr könnt weiterholen. Und wenn du noch am Leben bist, dann wird dein Vater total begeistert sein und wir gar nichts abhaben. Und wenn du nicht das Maul hältst und die Lady noch einmal duzt, dann haue ich dir eine Dill in deine Gewürzgurke. Ja, was sie sagt. Aber das Schöne ist, wir haben noch etwas von den Bratkartoffeln und von dem Braten da. Hier ist... Mein Vater wird deinen Riechriemen schon zurechtrücken. Und ich stopfe ihm eine Kelle im Bratkartoffeln. Sehr gut. Und danach noch ein wenig Braten. Weiter. Ich winke. Es interessiert gerade keinen, weil die Leute prügeln sich alle um euch rum. Aus Prinzip. So, jetzt wäre ein guter Moment abzuprücken. Ich hätte gerade Bock mitzuprügeln, aber kann man auch nicht sitzen auf dem Kutschbock. Ja, schon, vor allem, weil so gutes Essen war. Ja. Da müssen wir später nochmal hin. Wenn man während der Brückelei noch ab und zu mal was essen. Komm. Perfekt dauert. Hier könnte man sich niederlassen. Ja, Obelix-Himmel. Ihr rollt weiter. Ja. Richtung Piazza Grande und unterwegs ein Schlenker zum Hafen. Ja, wenn jetzt die Möglichkeit wäre, abzubiegen, wäre eigentlich und ja, weil die anderweitig beschäftigt sind als Bevölkerung. Ja, alles klar, also ihr biegt ab, ihr nehmt schon mal eine Seitengasse, die nicht so stark befahren ist, äh, nicht so stark befeiert. Ja. Ja, ne? Er rollt weiter. Und... Haben wir mit dem Arterio was ausgemacht, wo wir eben seinen Sprössling hinbringen? Unterwegs. Wir sollen ins Boot, den Hafen rausfahren und wir zum Dreimaster aufnehmen. Genau, der soll da mitkommen. Ja, genau, er wird eingesammelt. Gut. Die Lady weiß immer, wo's lang geht. Ja, natürlich. Aber ich hab nichts sehe. Dafür haben wir sie. Für die Weitsicht. Warum ist sie dann hinten? Weil sie das in ihrem Herzen trägt. Das Wissen. Ach, Rossi, du findest immer die richtigen Worte. Okay, also ihr verlasst erstmal da diese stark, die eng gewordenen Hauptstraße und biegt in die enge Seitengasse ab. Und ihr seid auf einem guten Weg, ihr seid auch bald da. Bis es dann, bis es dann aus der Seite kommt, kommt dann ein Fass vorgerollt. Ein Fass. Ein Fass. Perfekt. So ein großes Fass kommt vorgerollt und eine Frau tritt aus der Seite hervor und stellt sich, brüstet sich vor euch auf. Zirkono, Liebster. Ich sag nicht, dass du auch noch eine Frau geschwäckert hast, du Arschloch. Wieso stehen wir denn schon wieder? Kommt ihr Kopf unter dem Ohrmung hervor. Hilka, sie meint Ossi. Nicht den Idioten da oben. Ach so. Aha, ja. Wer ist diese Frau? Zirkono, Liebster Gatte. Warst du schon wieder bei diesem Flittchen? Nein, ich habe einen Delinquenten zum Schafott zu tragen. Jetzt komme ich wieder mit Ausreden. Ich weiß genau, dass du da warst. Einer deiner unterbelichteten Leibgardisten hat es mir gestottert. Ach so. In welcher Situation hat er es dir denn gestottert? Nachdem ich ihm drei Ohrfeigen verpasst habe. Ach, das mag ich. Das mag ich so an dir, ja. Ist gestottert was Schmutziges? Nein, das ist angemessen. Ach so. Ich habe mich reinigen lassen, aber das war auch alles. Und danach, aber nur damit das Volk sieht, wie gut das Gesetz über es wacht. Er hat ganz genau berichtet. Er habe gesehen, wie du mit dieser, dieser, ich mag ihren Namen gar nicht aussprechen, dieser Obdall da wieder im, im, im Badehaus verschwunden seid. Ja, im Badehaus wird man gereinigt. Das ist völlig normal. Du kannst gerne das nächste Mal mitkommen, wenn du das unbedingt... Und da steht euch, mir solch widriges Angebot zu machen, mich mit diesem niederen Volk in einem, dort sehen zu, also, Zirkona. Nein, 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 es gibt dort Separees, wo wir nur unter uns wären. Zirkona also. Ja, was denn? Was? Aber lass uns doch... Knock die Frau einfach aus. Komm jetzt sofort von deinem Kutschburg runter und schwöre mir vor deinen Augen. Ich schwöre mir vor, ich schwöre, ich schwöre ihr jetzt, jeden Schwur. Ich steige vom Bock ab und gehe drauf zu. Darf ich nicht? Ich schwöre mir bei sämtlichen Heiligen, dem dreifältigen Vater oder wie auch immer das hier heißt, und der heiligen Evina, jeden Eid, den sie haben möchte. Dann, Liebster, wenn ihr es so aufrichtig meint, nehmt wenigstens eure Maske ab, damit ich euch klaren von Angesicht zu Angesicht sinkere. Ich nehme meine Maske ab ohne Probleme, weil ich habe die Gestalt von dem Momentan. Ich nehme meine Maske ab. Dann darfst du trotzdem noch einen Wurf bitte auf überzeugen, ob sie dir deinen Schwur auch abnimmt. Ich habe die Bratfalle schon mal in der Hand. Überzeugen. Falls knallen wir die Alte um. Eine 20 natürlich. Wir sind Schurken. Also eine 25, aber es ist vor allen Dingen eine Kritik. Ach. Ach, liebster Gatte. Wie konnte ich nur an euch zweifeln. Ich bin mir so ganz, die Bratfalle so ganz enttäuscht so hinter dem Momentan. Weil die Welt schlecht ist und wir von schlechten Menschen umgeben sind. Aber nicht ihr, mein Liebster. Ja, aber natürlich diese Umgebung. Das ist völlig normal. Und er strahlt ab. Ich zeige hinter mir auf unseren Belinkern. Widerlich. Ja, ja. Deswegen lass mich meinen Dienst tun. Und ihn so schnell wie möglich seinem Schicksal entgegenbringen. Auf, dass wir danach endlich wieder vereinigt sein dürfen. Ich steige wieder auf den Kutschbock auf. Sie schmelzt dahin. Tut mir leid, Helga. Mach nicht. Ich esse meine Tröste Wurst. Ist das Fass eigentlich gefüllt? Es ist schwer, ja. Helga, kannst du das Fass bitte mitnehmen? Wir brauchen ein wenig Wegzehrung. Wir brauchen Fass. Könnt ihr nicht da euren Dickwanz für... Na, na, jetzt wollen wir aber mal. Seid so gut und nehmt das Fass mit. Ich hebe das Fass auf und schnüffel mal rein. Es ist rein. Klemmen wir das unter den Arm. Nun liebst er dann... Ich freue mich auf heute Abend. Nachdem das Geschäft erledigt ist. Auf das wir wieder vereinigt sind. Dann beeilt euch. Ja, ja, ja. Ich... 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 Ich eile. Ich werde heute Abend Vanille tragen. Eile dich, ich eile dich. Ich habe heute Abend noch was vor. Und ein Lächeln. Antonio. Nur für euch. Nur Vanille und... Hat sie gerade gesagt, sie will nur Vanille und ein Lächeln tragen? Und dann schreit er sich zur Seite mit einer sehr beschwingten Miene. Dann Hauptmann Zykono Dünnhaut. Waltet eures Amtes, Liebster. Ich fände ja Butter... Einen Luftkuss entgegen. Ich fände ja Butter besser als Vanille. Ich hätte mich Vanille besser gefunden. Jetzt weiter. Vielleicht Vanille Butter. Vielleicht ist es Vanille Butter. Nach ein paar Sekunden erhebt sich der Umhang wieder bei Helga und Adriana kommt raus. Ganz im Ernst. Die nächste Person, die uns auffällt, die knüppelt hier einfach um. Wir haben hier keine Fein zu verschwenden. Aber ich habe jetzt einen Grund, warum wir uns beilen müssen. Ich habe heute Abend noch etwas vor. Bis heute Abend zum Dreimaster. Dreimaster klingt schweinig. Ich bin auf jeden Fall scheucht. Fahr zu. Ich trinke Wein. Aus dem Fass. Und das Klecker nur läuft und sammert überall rum. Volk von Wortiger, geht uns aus dem Weg. Wir haben es eilig. Dieser Mann muss dringend auf den Schafott. Die Leute gucken euch etwas irritiert an, weil ihr seid, ihr rollt inzwischen dann durch das Hafenviertel. Das ist eine neue Route offenbar. Ja. Auch das Volk im Hafen hat zu sehen, dass die Gerechtigkeit in Wortiger eine große Bedeutung hat. Richtig war es. Und ihr wisst auch, ihr seid schon, das Boot ist nicht mehr weit entfernt. Oder eure Anlegestelle. Unsere Anlegestelle, ja. Ja. Und ihr rollt halt weiter. Ihr schiebt euch durch die Mengen. Vielleicht drückt ihr hier und da nochmal Leute zur Seite oder schlabbert ein bisschen am Weinfass. Können wir jetzt einen Axtbruch brauchen. Nein. Und ja, dann kommt ihr halt eben in der Ecke des Hafens an, wo euer Beiboot steht. Oder in der Nähe halt. Soweit es halt mit der Kutsche halt hinfahren kann. Ja, das reicht ja erstmal. Zu nah dran ist auch nicht gut. Ja. Ja. Ja, was tut ihr? Sind wir endlich da? Ja, wir sollten dringend ein Problem mit dem Wagen haben. Sind da jetzt noch viele Leute? Also ihr seid jetzt im Hafen angekommen schon mal. Und es sind noch einige Leute. Es sind ja so die stark Alkoholisierten, die da noch so rumschleichen. Wie weit ist es grob zum Boot? So in Schritten? Was schätzt? Ja, vielleicht noch so ein Viertel-Glockenschlag oder vielleicht ein halber. Aber vieles nicht mehr. Ich fände das cool, wenn wir abspringen würden und den Wagen irgendwo gegen eine Wand krachen lassen. Das können wir natürlich. Das ist immer gut. Mir tun zwar die Pferde leid, aber das Signal oder Maultiere oder was auch immer wieder an stabilen Römer. Da merkt man wieder, dass ihr einfach nicht dazu geeignet seid, den Plan zu machen. Der Wagen ist für uns vollkommen irrelevant. Der kann ja einfach stehen bleiben. Wir nehmen jetzt die Beine in die Hand. Ja, aber ich springe ab einfach und rolle mich so zur Seite. Vor allem, Tim und seinem Freund hier fast über. Ja. Ich gucke ihn an. Ich greife mir meinen Delinquenten und springe ebenfalls ab. Okay. Und lässt du ihn auf den Boden aufschlagen? Nein, 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 nein. Ich versuche ihn irgendwie halbwegs gut runterzunehmen. Ja, also du merkst, du hast da wie so einen nassen Sack in der Hand. Also er ist halt wirklich nicht mehr viel zu gebrauchen. Ja, ihr springt halt ab. Oder du. Und ja, wahrscheinlich nehmt ihr dann den letzten Meter zu Fuß. Aber anhand eures Gastes seid ihr dann doch irgendwie arg langsam. Ja, aber vor allen Dingen die Kostümierung weg. Helga, wie viel Wein ist noch in dem Fass? Endlich wieder ordentliche Klamotten. Ich rülpse laut und gucke, wie viel Wein noch in dem Fass ist. Passt, passt unserer Freundin als Fass? Hm, passt der da rein? Die du mal fälliger. Ich meine, ich dachte immer, Weinfässer sind diese kleinen, aber okay. Nein, nein, es war schon ein größeres. Es war schon ein größeres. Für dich kein Problem, aber, also auf verschiedene Weise. Okay. Aber es war schon eins, mit dem man ein bisschen den Weg versperren kann. Naja, wir können die auch da reinpacken. Und das fände ich ja auch. Super Idee. Ja, und wir müssen die Wein wegschütten eventuell. Wir haben natürlich diese Uniform ausgezogen, nachdem die Lady das gesagt hatte. Und schlagen unserem Deliquenten jetzt vor, damit ihr noch weniger A feilt. Meine Dienerin hat euch einen Platz frei gemacht. Das könnt ihr nicht machen. Ich stopfe den da rein. Jetzt hat die Fresse. Ungehobelter Schweinehund. Ich mache nicht fertig. Deckel obendrauf. Und ich glaube, das war ein Lob. Wurzst du weiter und wir rollen das Fass. Du bist so ein Arschloch. Ja. Aber das gehört dazu. Ist das die Kutsche ins Hafenbecken gefahren, wie sich das gehört? Oder gegen eine Wand oder irgendwas Schönes? Also wenn... Wenn ihr halt da runtergesprungen seid, während die Pferde dann noch drauf sind, dann galoppieren sie halt weiter und irgendwann schwenken sie um. Und dann der Wagen, der kriegt dann so eine Schneise weg und bricht dann so aus der Achse raus und poltert dann halt eben... Na gut, damit kann ich leben. Aber den Maultieren geht's gut. Das ist der wichtigste Teil. Ja. Und wir haben noch ein bisschen Ablenkung durch den Wagen. Genau. Und dann fangen auch schon die ersten Leute zum Wagen hinzulaufen an und gucken, was da los war. Oh, der ist dagegen geknallt und fängt an zu brennen. Ich muss zugeben, so Aufträge kann ich nicht... Ich kann so Aufträge nicht leiden, ehrlich gesagt. Weil jetzt haben wir das Problem, Helga ist mit beiden, wir haben beschäftigt und ich muss ja noch laufen. Wo kommen wir eigentlich da hin? Hier tragst du mich doch mal. Sie geht zu Antonio. Ich stelle dich auf das Fass, was Helga gerade rollt. Hier. Du schaffst das. Ihr vom Zirkus könnt das doch. Wenn du so weitermachst, dann zeige ich dir mal die Metapultricks. Das nehme ich jetzt von dir runter. Na gut, dann nehme ich dir sogar einen Abend, wenigstens. Aber Lady Adriana war doch ein Marionettentheater, kein Zirkus. Ja. Das war edler. Nur die edelsten Theaterstücke wurden aufgeführt. Doch das war nicht meinem edlen Gehölz gerecht. Ich mein Holz. Okay. Sie hat jeden Abend ihre eigene tragische Geschichte aufgeführt. Die ist nur von den netten Marios. Jeden Abend. Mein Traumata, du neuernd, heute durchlebt. Wie die Ringe in meinem Holz. Oh, da muss ich immer weinen, wenn ich das sage. Lass uns weiter machen, bevor ich ruhig werde. Gebt dem Fass ein Tritt. Wir könnten Wasser noch. Ja, also das Fass rollt dann los. Oh, hoppla. Wieder ein unförmiges. Was glaubt ihr, wie lange wir das noch machen müssen, bis er kotzt? Er ist zur See gefahren, also wird er wohl sehr fest sein. Aber wie oft trittst du denn noch gegen? Nein, wir machen das. Also wir wollen ihn ja schon, dass er ankommt. Er darf sich bekotzen, aber nur zweimal. Und er darf fröhlich sein durch den Alkohol. Ja. Das ist ein bisschen, was wir ihm vorher eingeflüst haben. Aktuell klingt er nicht fröhlich. Ja, aber das ändert sich, wenn er genug Alkohol drin hat. Ja, er rollt halt oder ihr marschiert halt los. Ihr rollt halt ein bisschen bis zum Bötchen, das passt schon. Genau. Also ihr kommt dann halt bis zu eurem Boot. Und gegen den Boot, da lehnt dann schon ein junger Herr. Ah, bist du der Problemlöser? Stadtliche Rüstung. Schnauzer. Stadtwache-Abzeichen. Und er klatscht euch entgegen. Wir verneigen uns. Huck Helga, das ist die Begrüßung, die ich mir wünsche. Leute sollten auf die Knie fallen und klatschen. Das ist mein Knie verüben wir nochmal. Ja, und natürlich, wer sollte es anders sein? Es ist natürlich Hauptmann zur Krono persönlich. Alleine. Das habt ihr aber sehr verflixt eingefädelt. Und rund wie ein Pudel durch die Stadt habt ihr es auch noch getan. Und lasst mich raten. Jetzt wollt ihr hier mit dem Boot abhauen. Wollte nicht gleich mitkommen. Ich habe eure Frau gesehen. Klar bleibt heute Abend Spaß in Vanille. Ich weiß nicht, ob ihr das wollt. Die trägt heute Abend Vanille. Sie wird sehr, sehr angetan von euch. Was sagt ihr da über meine Frau hier? Ich bin mir kurz nicht sicher, ob das fast eure Frau ist, dass sie geworfen hat. Ich glaube, ich werde euch mal den Scheitel zurechtrücken. Ich habe keinen Scheitel. Wenn ihr darauf besteht, dann kann eure Ehefrau euch auch danach wieder zusammenflicken. Da habe ich mir solche Mühe gegeben, euch einigermaßen gut nachstehen zu lassen. Leibgardisten, nehmt sie fest. Lenk mich am Arsch, Alter, du kriegst aus dem Maul. Hey, wirf mich. Ich werfe dich. Und es kommen halt noch vier Gardisten halt aus den Schatten heraus. Es sind aber nicht dieselben, weil die liegen ja sturzbetrunken in einem Badehaus. Oh, ihr habt auch Gardisten zweiter Klasse, nachdem die erste Klasse besucht. Das wird so ein Chucky-Move, ne? So mit so zwei Messern. Ja, ja. Guckt etwas zustimmend, möchte sich aber keine Blöße geben. Bin beeindruckt. Das ist tatsächlich die Reserve. Aber selbst die Reserve wird mit euch abschaumfertig. Hört ihr es. Er hält euch für minderbemittelt. Euer Hauptmann. Ihr seid eine Konserve. Ihr seid Kanonenfutter. Er wirft euch uns zum Fraße vor. Ach, ich habe da gar keinen Bock drauf. Ja, und drauf. Wirf mich, Helga. Ich werfe sie mit den Messern. Ich greife irgendeinen Gardisten an, aber zu Fuß. Ich will die nicht töten. Also der kriegt nur so auf die Ome. Alles klar. Ich will die auch nicht töten. Okay, ihr wollt es also wie Männer und Frauen und Puppen. Gardisten, stellt eure Helle Baden ab und jetzt verpassen wir ihnen mal eine ordentliche Tracht Prügel. Sehr gut. Ich habe eine Frage. Ich habe eine Helga und ich scheue mich nicht, sie zu benutzen. Ja. Oh, er will mich benutzen. Huh. Wenn ich eine Requisite erschaffe oder habe zur Verfügung, kann ich die auch jemand anders zur Verfügung stellen dann? Ja, also Requisiten sind einfach Dinge, die in der Gegend rumstehen. In eurem Fall sind das das Fass. Das Fass wäre eine große Requisite. Requisite oder ansonsten halt noch Ruder, Paddel, Balken, Seile, alles Mögliche. Ich hätte die Möglichkeit eine heilige Requisite oder eine epische Requisite. Ja, eine epische ist eine große, genau. Eine große, genau. Ganz so. Dann hätte ich gerne, dass da irgendwo eine große Bratpfanne für Helga rumliegt. Die habe ich doch dabei. Ja, die ist jetzt richtig, genau. Du meinst ein Wok. Eine richtig, ja. Ein Mannschaftswok. Das ist nämlich übrig geblieben von dem Testen, die Bratpfanne mit den Bratkartoffeln. Und das war der Grund, warum die gewonnen haben, weil die nämlich so richtig schön groß ist und die brauchten wir. Und voll gebuttert. Ja, Helga, du siehst da halt so ein Blech, Kessel, Pfanne, Wok, irgendwas, halt so eine große Schüssel da zwischen den Tauen und anderen Gerätschaften mit rumstehen. Offenbar hat jemand ausgeladen aus seinem, ja, ne, von seinem Letzten. Riecht ein bisschen nach Fisch alles in der Ecke, aber das soll euch nicht stören. So, dann werden wir jetzt einmal abschließend. Bitte alle auf Initiative. Brügelei. 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 Ich klopfe noch so auf den Fass und sage, Vorschi, bleib im Fass, wir haben das hier im Griff. 19. Bleib im Fass. Ich habe eine 20 im Sommer. Ah. Leider nicht natürlich. Aber es wäre eh verschwendig. In Hälften habt du 30. Wie rechnet, ich habe da nur minus 1. Ja, dann musst du das abziehen, ja. Geschicklichkeit minus. Ich sage immer Plus aus Versehen, entschuldige. Okay. Also du musst halt den W20 würfeln und dann ziehst du deinen Geschicklichkeitsmodifier ab, wenn er denn negativ ist. Da geht mir jetzt mal von aus, dass alles negativ ist. Ja, dann sind das nur noch 13. Alles klar. Dann kommst du quasi nach Antonio dran. Nein, 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 ich habe zwölf. Alles gut. Du bist mit Antonio. Ach so. Habe ich dann falsch verstanden? Okay. Aus Solino müsste am recht früh dran sein. Also. 20 war aus Solino. Ja. Und Lady Adriana. 19. 19. Und die schmeiß ich. Ja, einen kleinen Moment. So, dann ist noch für Hauptmann zu Kono. Er ist auch beinahe 13 dran, nach Antonio. Äh, nach, ja, Quatsch, nach Helga. Mhm. Helga, verdrückst du den doofen Hauptmann. Ich nehme die vier Wachen. Und die vier Wachen kommen nach euch dran. So. Dann starten wir jetzt in die Brügelei. Also, Solino, du darfst als Erster. Ja, dann möchte ich gerne die Aktion Das stinkt doch ausführen. Ja. Auf den Hauptmann natürlich. Dann sag uns doch mal, was da passiert. Äh, ich greife irgendwie einen Fisch, äh, der frisch aus dem Hafenbecken raus ist. Also, äh. Entsprechend guter Qualität ist. Also, ein frischer Fisch. Ein, äh, ein echt frischer Fisch. Äh, und, ähm, stopf ihm den, äh, mehr oder minder, nein, nicht stopfe, ich, äh, prügel dem das mehrfach durchs Gesicht. Dann machen wir einen Wurf auf Angriff. Äh, dieser Fisch stinkt besser als ihr, obwohl ihr gebadet seid. Ich habe 21. Okay, also, du peitscht ihn, beschreib, ja, es klappt, also, es klappt. Zack, 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 ich dränge ihn zurück. Er fällt fast schon selber ins Wasser. Ähm, ja, also, er kriegt erstens eine Macke dafür, er ist vergiftet und weil ich, weil es gleichzeitig ein Makana-Hieb ist, kriegt er noch eine zusätzliche Macke dazu. Also, der steht schon mal ordentlich. Der kriegt ordentlich. Und dann, eure Frau hat euch nicht verdient, so wie ihr stinkt, sie macht sich schön für euch. Oh, das ist hart. Ja, so, also, du verprügelt ihn ordentlich und dann Lady Adriana ist als nächstes dran. Die Frage ist, kann, kann Helga mich überhaupt dann werfen, wenn sie so spät dran ist? Du kannst dich auch einfach hinter Helga einreihen und dann seid ihr beide immer noch vor. Ja, auf jeden Fall, aber ich nutze dann quasi meine Aktion, nehme ich eine Bostion und ich löse einfach schon mal, ähm, ich löse alle meine Arme ab, wie eine Waffe zu halten. Äh, wie, mit, mit welchem Arm hältst du denn, achso, einen deiner Arme, ja, alles klar. Alles klar, so dann, Helga, weil du deines Arme bist. Ja, dann schmeiße ich die. Also, ne, ich nehme sie hoch und sag so, und jetzt, das hast du selber gewollt, Alter. So, dann, äh, mach mal einen Angriffswurf, bitte, mit Stärke. Mit Stärke, überraschend. Also, Stärke, also, äh, 20. Da sind es doch plus endlich. Plus Stärke, plus 2. Plus Stärke, plus 2. Ja. Ähm, dann sind das 23. Alles klar, also, äh, Lady Adriana fliegt durch die Lüfte. Ja, ein Pfeil. Und du wirfst sie dahin, wo du willst. So, Adriana, jetzt, äh, was tust du? Also, du willst ihm jetzt beschreiben, was passiert. Genau, also, Helga wirft natürlich, wie wir es schon immer geübt haben, in Richtung der Nether-Region, damit es richtig zwiebelt. Ja. Und, ähm, im Flug holt Adriana auch mit ihrem abgeschraubten Arm aus, den sie als Waffe hat, und möchte so richtig schön einmal von unten, wie so ein Tritt, nur mit der Hand, die abknopft wurde, einmal, ähm, die Glocken läuten lassen. Einmal so richtig schön die Glocken läuten lassen. Oh, nicht mehr. Heute gibt's Rührei. Ja. Ei, ei, ei. Ich sag's mal so. Das ist ein Raufer-Ei. Die Glocken läuten. Palim, palim. Juhu. Und, äh, wie, wie viel Macken fügst du, äh, wem zu, dem, wem, wem haust du da jetzt eigentlich nochmal? Verzeihung. Ja, das ist dann auch der Kommandant tatsächlich. Alles klar, ja. Die Frage ist, wie viel, wie errechne ich denn die Art der Macken, wie viele Macken hast du denn? Also, wenn du jetzt den ganz normalen, äh, Prügelwurf gemacht hast, dann kriegt du, kriegt der eine Macke. Ja. Ähm. Ich guck mal kurz. Tö, 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 tö. Ah. Ne, ich hatte noch drauf von hier auch noch. Ich könnte ja das als Aktion quasi machen. Dann müsste ich aber... Oh, immer mach. Ja, warte. Würfeln, dann mein Consti drauf, dann bin ich bei einer 19. Trifft. Okay. Ich muss nochmal aufmachen, das Heftchen, weil ich nicht mehr genau weiß, was der Effekt war. Ich hab nämlich nur draufhauen geschrieben, wie ich die Aktion habe und ich meine, das wäre, ähm, ein bisschen mehr Wumms. Ich glaub, es sind zwei Macken dann tatsächlich. Ich guck nochmal. Schaufix. Ja. Draufhauen, draufspringen. Ähm, ja, von mir aus, das ist so wunderbar, er kriegt dann halt eine zweite, ne? Ja, perfekt. Also, haus den... Ja. Also, er verzieht seinen Mund, ein kleiner Quietschlaut entweicht ihm und, äh... Und mit meiner Bonusaktion, äh, mache ich das Prügelmerkmal noch eins drauf, und dann habe ich beim nächsten Angriff einen Vorteil. Alles klar. Ich bin schon bereit, wieder auszuholen mit der Rückhand. So, jetzt ist Zirkone erstmal dran. Der jetzt einfach mit dem Stiefel nach dir tritt. Aber so richtig. Oh, der Stiefel ist eine gestiefelte Beleidigung. Aber er tritt daneben, er kann deinen kleinen Hölzern in den Hintern nicht erwischen. Und ja, danach ist Antonio dran. Ja, ich nehme mir den ersten von den Wachen mit so einem klassischen von oben Draufhausschlag vor. So einfach, um mal locker ins Gefecht reinzukommen. Ja. Ich habe eine 17. Es trifft. Äh, äh, das heißt, der hat schon mal eine Macke. Ja. Und als Bonusaktion habe ich mir jetzt ja so ein bisschen zurechtgelegt. Jetzt kommt, äh, der Schlabber ist serviert. Ich darf ihn noch einmal angreifen als Bonusaktion. Ja. Habe eine 15. Es trifft auf. Und er bekommt noch eine Macke und, äh, wird jetzt, äh, flach zu Boden liegen und, äh, äh, die restliche Zeit mit aufstehen oder ähnlichen Dingen, äh, verbringen müssen. Ja. Nimm das! Kanalle! Und du haust ihn halt um. Und er muss dann halt wieder aufstehen. Er verbraucht dadurch halt die Hälfte seiner Bewegungsrate. Und er versucht es zurückzugeben und dir auch jetzt eine reinzuhauen. Oh. Und er trifft. Und er batscht dir so eine Ohrfeige. Und du bekommst deine erste Macke. Gut, das ist ja kein Wirkungstreffer. Du bekommst auch deine erste Macke. Also Zwiebel schon, aber noch ist es kein Problem. Und deine Rüstung sinkt halt um eins. Kämpf wie ein echter Strolls, ein echter Wachroschi. Und blitz hier nicht so rum, du Pfeife. Und, äh, ja, eine weitere Wache schnappt sich einen der Balken. Und, äh, würde ich von hinten versuchen, dir eine überzuziehen. Und trifft dich noch eine 16. Wenn ich mein Kettenhemd in der Zwischenzeit geschmeidig angezogen habe. Vermutlich. Ich denke dann nicht. Dann, äh, schwingt die an der vorbei und du kannst elegant, äh, deinen Kopf ziehen. Äh, aber pass auf, ähm, ich, äh, habe den Gegenangriff. Ja. Und werde ihm sofort eine verpassen. Ich bin in einem kombinierten Bud Spencer und Terence Hill Schlaghagel. Wow, 20! Natürlich, äh. Dann machst du jetzt den doppelten Schaden mit was auch immer. Dann sind es halt zwei Macken fürchtig. Aber es war cool. Okay, also... Versuch mich nicht von hinten anzugreifen. Dann erwischst du ihn richtig böse am Kinn und der erste Zahn fliegt. Ja. So, der, die dritte Wache versucht sich, äh, versucht sich Helga zu stellen. Keine Chance. Versuch gar nicht. Oh, und mit einer 15. Mhm. So, helft mir. Hast du deinen Rüstungswert? Äh, ja, 15. Sehr gut. Okay. Dann trifft er nicht. Ah, das heißt, er boxt so auf mich drauf. Ja, er trifft dich, aber ist gut. Und jetzt bin ich dran. Ja. Dann kommt jetzt noch die, äh, die vierte Wache dran. Und sie versucht natürlich, äh, dem Hauptmann zu helfen. Und versucht halt, dieses kleine, hölzerne Püppchen wegzutreten. Eines nur dann. Und trifft dich eine 16? Ich hab 16 Rüstungspläste. Dann nicht. Ich bin sehr hartes Holz. Dann schlägt auch da hin. So. Das war die erste Prügelei-Runde. Und es geht, äh, ja, es geht los mit Orsolino. Nehmen an, unser Hauptmann hat noch nicht genug. Der hat noch nicht genug. Dann, 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 dann versuche ich ihn jetzt, äh, verbal so niederzumachen, dass er äh, zurückweicht und, äh, ins Wasser fällt. Um noch weiter, noch mehr, ähm, also dabei schön immer weiter. Ach so. Wegengebend, ne? Dann musst du ihn nochmal angriffswurf. Ja, genau, richtig. Äh, ja. Aber halt wieder hinten, das stinkt doch. Also, und er soll halt in diese stinkende Plörre rein. Ja. Und, äh, es ist... Moment, bim, 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 bim. Mehr als 14? Es ist mehr als 14, ja. Dann, äh, also dann, es gelingt ja. Dann kriegt er wieder zwei, zwei Macken und eine weitere Vergiftung. Ja, er kann nur einmal vergiftet werden, weil dann hat er Nachteil auf alle, ähm, Moves. Ja. Und er stürzt ins Wasser. So. Und, äh, ja, ist dann ordentlich am Plätschern und am Rudern und, äh, ihr merkt schon, die Hafenarbeiter und mal hier rum, fang dann auch schon wieder, ooooh! Und Prost! Da seid ihr da, wo ihr hingehört! Oft, äh, in dieser Brühe. Dann habt ihr es jetzt, wo ihr getauscht habt, Helga vor Lady Adriana dran. Okay. Äh, Dampfhammer, kann ich das machen? Du kannst alles machen. Wir machen das, wollte gerade sagen, möglichst effektiv, äh, tatsächlich, weil danach wäre er kampfunfähig, wenn ich es denn schaffe. Ja. So, 18 plus, wie war das, plus, plus, äh, drei plus. Das ist eine Stärke wahrscheinlich. Stärke plus dann im Übungsbonus. Ja. Äh, plus, plus im Übungsbonus. Dann sind das auch wieder 23, ja. Du, aber stehen richtig. Tschüss. So. Mit der, mit der Bratpfanne hier vorne drauf. Die Bratpfanne nehme ich weg und wahrscheinlich macht er dann diesen hier. In der Hoffnung, dass das passiert. Genau, das macht er. Und er, oh, fällt dann so nach hinten weg und treibt dann so an der Wasseroberfläche oder lebt dann da so irgendwo dagegen. Und der ist durch. Sehr schön. So habe ich mir das gedacht. Dann ist jetzt Lady Adriana dran und kann zeigen. Steht noch zwei Wachen, oder? Es sind noch vier Wachen sind es noch. Ach, vier noch. Oh, krass, sehr gut. Ähm, ja, da mein Hauptziel gerade, dessen Rühe ich verarbeiten wollte, jetzt planschen gegangen ist, blickt sie sich mit ihrem Ding um, will zunächst eine Wache und dann mache ich zuerst das Bonusaktion Bein stellen und versuchen diese Wache, also ich will dann so rutschen quasi mit den Beinen voraus, um sie ins Liegen zu kriegen. Äh, das ist eine 15, dann geschickt drauf, 3, 18, 20. So erwischt sie auch voll, sie stürzt. Ja, schittert unter der Wache her, sie stürzt, dann so, tja, mir hat mein Herr einige Italien geschnitzt und haut wieder, schnitt wieder auf die Glocken. Und wichtig, wichtig, ich habe mich ja vorbereitet, letzte Runde, als Schurke, das sind zwei Macken, das sind beide Eier, die jetzt geknackt werden. Ach, ihr seid so unmenschlich. Ich bin menschlich. Ich bin menschlich, bitte. Ich habe kein Herz. Ich bin teuflisch. Ja, okay, ja. Keine, ja, es ergibt alles Sinn. Aber ich sorge dafür, dass jeder kriegt, was er verdient. Eine hodenlose Frechheit. Ah, schön. Ist das toll. So jetzt, Antonio, ein bisschen Niveau, bitte. Jawohl, natürlich. Ich habe ja den einen Menschen bereitgelegt, mit erst so einem auf dem Kopf und dann so einem ordentlichen Patsch. Jetzt werde ich meinen Supermove aus den Sockenhauen machen. Das verabreicht ihm eine richtige Abreibung. Und wenn ich erfolgreich bin, gibt das richtig drei Macken. Wahrscheinlich gibt das so richtig so eine geprügelte Kaskade. Dann hau nochmal einen Wurf raus. Äh, 14. Ja, weil er ist ja vorher ihn schon erwischt. Das heißt, seine Rüstungsklasse sinkt ja mit jeder Macke, die er schon hat. Und dann erwischt du ihn auch. Ach, das ist schön. Das mag ich. Und dann kannst du ihn jetzt richtig rannehmen. Ja, dann hat er jetzt der Macken Fünfe. Ja, und der kippt auch aus den Latschen. Also du schüttelst ihn richtig. Und die anderen! Haut ab, solange ihr noch könnt. Euer Chef paddelt, eure Kumpels liegen hier rum. Nein, lass das, lass das. Nein, lass das. Ich will ihm erst noch hauen. Okay, einer darf noch. Der andere haut ab. So, Helga, der eine, der schon vorher an deinem Bauch gerubbelt hat. Er probiert es nochmal. Er probiert es nochmal. Ich bin gespannt. Ja, ja, er, ne? Oh, jetzt trifft er. Mein Gott. Bin ich gespannt. Hau dich. Also, er haut dich halt. Und du kriegst halt, naja, einen kleinen blauen Fleck am Bauch. Also, eine Macke, aber... Einen Muttermal. Und... Ja, sprich. Ich bin eine Priesterin. Ich bin die Priesterin der geheiligten Faust. Und du bekommst jetzt etwas sehr Heiliges von mir. Und jetzt bekommst du den heiligen Ohrfeigensturm. Okay. Tatsächlich ist das die Spezialfähigkeit meiner Klasse. Ja. Und das ist die Ohrfeigen Hagel. Ist in Ordnung. Hau raus. Und ich knall ihm das vor. Die dumme Katzbetsche. Boah, ich würfel... Jetzt würfel ich wirklich gut. Gerade nur Schrott. Wieder 23. Eine 18 nach der anderen. Es ist großartig. Und du Ohrfeigstin. Du merkst, wie er immer lascher zwischen deinen Armen wird, aber noch schneller. Genau, du hältst ihn fest mit der einen Hand natürlich. Und man hört von irgendwo. Und die letzte Wache eilt natürlich erst mal dem Hauptmann zu Hilfe, damit er da nicht absäuft. Und Antonio, du könntest ihm noch einen Gelegenheitsangriff mitgeben, wenn du möchtest. Und wenn du mich so bittest. Schieb ins Badehaus. 14, 16, 17, 18. Ja, du erwischst ihn auch nochmal und stolperst er dann ins Wasser. Ich mag gerne diese Kelle mit der Hand, die im Wahlleben überhaupt nicht so richtig funktioniert, aber die im Film sehr schön aussieht. Mit der hohlen Hand aufs Ohr tut es zumindest sehr weh. Ja, aber so von hinten, dass sie dann so ein Seil drauf kommen. Wie so auf den Hinterkopf. Genau. Also du erwischst ihn ja. Er stürzt halt auch ins Wasser und schleppt sich dann zu seinem Hauptmann. So, und dann gehen wir jetzt in die letzte Runde vermutlich. Orsolino, ein letztes. Wie viele sind noch da? Also es sind jetzt noch insgesamt drei Wachen da. Eine hält Zirkone über Wasser. Eine ist schon richtig am durchgeschüttelt werden von Helga. Und eine dritte ist... Warte, die Glocke. Ja. Die liegt ja. Die liegt, ja. Dann überlege ich mir, könnte ich das Fass nicht eigentlich jetzt mal langsam ins Wasser schubsen? In unseren Wagen. Warum willst du das Fass ins Wasser schubsen? Ich wollte gerade sagen... Kann ich ins Wasser, in das Ding da, in den Kahn. Wir müssen das Fass abgeben. Lass uns die schmutzige Arbeit machen. Das ist wichtig und ihr wirkt, als hättet ihr Spaß, insofern. Also dann verstaust du schon mal das Fass. Versuche ich mal einmal noch was Sinnvolles, genau. Ich versuche schon mal das Fass sicherzustellen. Ja, kannst du mal. Klopft noch einmal an. Eure Hochwohngeburizität. Es könnte jetzt auch einmal ein wenig schaukeln. Genießt den Alkohol. Demnächst können wir weiter. Wir haben leider eine kleine Unannehmlichkeit auf unserer Reise. Euer... Jetzt hör auf, ihm die Rettungswege zu erklären. Wir wollen hier weiter prügeln. Wenn der mir in den Wein pinkelt, haue ich ihn eine. Und schubs ihn in den Wagen. Oder versuche ihn da rein zu hieven. Ja, das Fass mit ihm drin. Das ist kein Problem. Du hörst so ein Röcheln und Fluchen und mehr Röcheln. Und dann halt Schluchzen und... Euer Wein, das ist gut. Dann Helga, ein Letztes. So, und da ich ja jetzt... Wir haben noch nicht alle tollen Dinge gesehen, die ich kann. Ich kann natürlich auch noch eine Kopfnuss. Abschließend. Auf die Oppe. Ja, schade. Das ist jetzt eine Eins. Wie doof. Du... Wir haben uns doch alles gesehen, was du kannst. Ja. Du haust drauf und dann spürst du ein... Du hörst ein leichtes Knacken und dann ist deine Hand auf. Au. Du kannst die nächste Runde wieder zurechtrücken, aber gratis schlecht. Aber du hast ja vielleicht für eine Bonusaktion noch die zweite Hand. Das haue ich mal drauf. Du musst doch mal gehen. So, 15. Ja, ja, ist es. Das sind dann 20. Du haust ihn aus den Latschen. Ah, mit links geht's. Du kannst sagen, aua. Mehr mit links machen, Helga. Mehr mit links. Ich bin nicht so ein Links-Ausschläger. Und du batscht ihn nochmal richtig eine und der steht nicht mehr auf. So, jetzt können wir gehen. Ich hab Hunger. So, dann ein letztes Mal noch Lady Adrana mit ihrem Rührei. Sie hat, sie hat diesen einen Arm immer noch an seinen Glocken und sie kann das ja noch steuern. Es lebt ja trotzdem noch. Und ich möchte gerne die Wache einschüchtern. Und die Finger sich so, dieser hölzerne Finger sich so ein bisschen da reingraben. Na? Noch Kinderwünsche? Du darfst einen Wurf auf einschüchtern mit Vorteil würfeln. Also 2w20 und du nimmst das bessere Ergebnis. Dann hab ich eine 19. Gut. Und erzähl allen, dass die großartige Lady Adriana euch mit einer Hand besiegt hat. Ja? Ich fordere alles zurück, was mir genommen wurde. Und du wirst mir nicht den Weg stehen. Sie pincht nochmal ganz leicht mit den Fingern. Auf der Zub zusammen. Und dann, als wäre nie was gewesen, ist dir ganz entspannt. Kloppt den Arm zurück. Gut. Wir können gehen, Helga. Und er krabbelt so weg auf allen Vieren. Also so breitbeinig vor dir schiebt er sich halt rückwärtig so weg und ist den Tränen nahe. So. Und dann jetzt. Antonio. Ein letztes. Gibt's noch, wenn der steht? Der von Adriana, da steht gar nichts. Ja, ja. Der eine steht in Kronen. Zu Zirkono ist doch der eine noch gelaufen. Der wäre noch da. Aber der schwimmt ja. Der schwimmt so halb, ja. Ich glaube, wenn ich Richtung unseres Schiffchens gehe und mich dabei möglichst weit von Lady Adrianas Holzarm entfernt halte. Immer so mit seinem Blick so, ein bisschen seitlich. Ja. Hör auf, wir sollten aufbrechen. Und damit geht ihr quasi schmachvoll, aber siegreich aus dieser Brügelei hervor, da ihr mit allen dreckigen Tricks halt offensichtlich den wahren zu Leibe gerückt seid. Ey, die Radrianer, jetzt weiß ich endlich, warum das Theaterstück die Nussknacker-Suite heißt. Aber erst nachdem ich aufgehört habe. Wie hieß es denn vorher? Das weiß ich nicht mehr, ist lange her. Das beruhigt mich. Ja, ihr könnt dann alle ins Boot steigen, wo schon ein Fass und Ossolino... Ein Ossolischen Brödel war das bestimmt. Wo halt Ossolino schon auf euch wartet. Und dann könnt ihr quasi langsam in den See stechen. Raumhaft. Geht so ein kleines Compart mit dem Dekolleté von Adriana auf, wo sie immer Sachen aufbaut, dann zieht sie ihr gutes Haselnuss-Holzöl heraus, um ihre Hand damit einzureiben und so. Mr. Kommandant sollte uns danken, also damit möchte man doch, also wie macht ihr Menschen das? Ihr müsst das hier machen, damit ihr da irgendwie wieder kleine Bambinis bekommt, aber... Du hast ja doch ein Herz, ein Herz aus Öl. Auch eine Lady muss ich manchmal die Hände schmutzig machen. Und wieder sauber. Die ist so weise. Ja, dann rudert ihr los, lasst das feiernde Vortika hinter euch. Ihr hörte den sechsten und letzten Gong zur Mitternacht und wisst, dass da heute niemand mehr hingerichtet wird. Zumindest nicht der. Der Kommandant vielleicht fürs Versagen. Ja, oder sie nehmen irgendjemanden aus dem Volk. Wir drehen uns nochmal zur Stadt um. Den Wagen geschrottet, den Kommandanten verprügelt, die Ehefrau verprellt. Aber gut, es ist dann die Ehefrau, die dürfte doch so begeistert wie lange nicht mehr sein. Naja, aber der kommt ja mit Zermatschen Eiern zurück, der wird gar nichts mehr passieren. Der kommt heute nicht mehr nach Hause. Dann wird es wieder Zoff geben. Und wie schnell er schwimmt. Vor allem hat er einen Gedächtnisschwund gehabt. Der weiß gar nicht mehr, was er alles geschworen hat. Er bricht nach Fisch. Jedenfalls schiebt sich dann ein Dreimaster aus der Nebelbank heraus. Es wird eine Leiter, so eine Strickleiter hinuntergelassen. Ich weiß nicht, lasst ihr den Gefangenen schon aus dem Fass oder wird das mit dem Kran hervor? Der ist schon längst vorher raus. Okay. Der nervt doch wie verrückt. Ja, aber ich muss ihn natürlich erst mal vorher belabern, damit er irgendwie nicht mehr ganz weiß, was er denkt. Ja, jedenfalls, als er das Fass noch aufmacht, kommt da so ein Duft aus Wein und Pisse raus. Er hat ja den Wein gepisst, das Arschloch. Das will ich nicht mehr trinken. Er ist ein Häufchen Elend, er weiß gar nicht mehr, was er sagen soll. Und er ist nur noch froh, dass es jetzt vielleicht noch endlich vorbei ist. Papa! Ich schmeiße frustriert das Fass über Bord. Es ist mir leid, Helga. Hey, das war doch noch gut. Von den Kohlen können wir dir ein neues holen. Oh ja, das ist gut. Ja, Helga, wir wechseln fast. Und Ruder. Du brauchst unbedingt einen Ruder, Helga. Oh, ein großes Ruder. Ja, sehr gut ist der Typ. Ja. Man kann ja nicht Brot backen dann mit dem Ruder. Das ist auch gut. Es gibt ja Dignitas, auf jeden Fall. Bohnenkuchen. Pizza. Ich brauch ein Pizzablech. Aus Gusseisen. Mit so einer großen Schaufel dazu. Ja, so eine Pizzaschaufel, ganz wichtig. Genau. Also, ihr kommt dann an Bord. Papa ist entzückt, dass ihr den liebsten Sohmemann in einem, na zumindest in einem Stück, wiedergebracht habt. Er guckt zwar ein bisschen, dass er offensichtlich doch geschunden ist, aber das wird ja den Wachen zu tun. Er hat bereits getrunken und gegessen. Er hat den Gefangenen schon mit dem Alkohol. War inklusive, die Spesen waren inklusive. Ja, und El Bosso drückt euch dann tatsächlich. Warte, 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 ich muss fragen, aber was ist mit die Kohlen? Da warte, ich bin nur deswegen hier. Ja, also, ja, ja, also, was ist denn nun mit die Kohlen? Ja, gib sie her, raus damit, 500 Kohlen. Und er drückt euch mit einem leichten Grummeln 500 Kohlen in die Hand. Also, ich nehme sie, lächle ihn freundlich an. Also, Rainer, jetzt nehme Ossilione und hält die Hände hoch, um den Beutel zu kriegen. Ich verteile das. Du kannst nicht mal zählen. Und dann fahrt ihr gemeinsam mit dem Dreimaster, also, ihr verlasst halt die Bucht von Wortiga, ihr verlasst den Gestank, außer das, was aus dem Fass gekrochen ist, und segelt dann allmählich mit euren 500 Kohlen dem Sonnenaufgang entgegen. Und du hast sogar daran gedacht, dass wir nicht in den Sonnenuntergang segeln. Ich mag dich. Ganz genau. Und damit endet unser kleiner Ausflug nach Wortiga heute. Vielen Dank. Ich will das haben, das ist großartig. Ich klatsche auch aus dem Off. Ja. Oh, meine Marie ist wieder da. Hallo. Ja. Ja, ihr seid ja wirklich unglaublich pünktlich. Das ist eins meiner wenigen Talente. Also, ich habe sehr viel reingehört und ich hatte das Gefühl, die Gruppe hat sich Mühe gegeben, dich kaputt zu machen. Ja. Aber auch ein legendendes Chaos geschimpft. Wir haben den Auftrag wieder mal erfüllt. Ohne Chaos. Ich habe ein bisschen mit den Armen wachmitteln mitgefühlt. Also, das war wohl schon emotional. Ich habe es mir aber nicht anmerken lassen. Ich habe eigentlich am meisten mitgefühlt mit der armen Frau von dem Wachhauptmann. Hätte dich so gefreut. Da haben wir ja so viel Hoffnung gemacht. Den Part habe ich nicht mitbekommen. Ich habe mitbekommen, Rühreier gemacht, Leuten richtig eine eingeschenkt, Ohrhänkel aufgezogen und Kopfnüsse verteilt wurden. Aber den Haussegen. Die da gerade gerichtet. Aber der Hauptmann wird sich nicht daran erinnern. Er hat es verspielt oder ihr habt es für ihn verspielt. Tja. Aber auf jeden Fall möchte ich jetzt noch ganz kurz die letzte Minute nutzen, um nochmal ganz große, vielen tollen Dank für euer interaktives Spiel halt. Euch dafür zu danken. Es war großartig. Ich hatte mir eine große Freude bereitet und ich hatte an keinem Zeitpunkt die Sorge, dass wir es nicht schaffen. Und selbst dann hätten wir eine Menge Spaß dabei gehabt. Darf ich noch ein paar Sekunden nutzen und als unabhängiger Mensch sagen, dass ihr unbedingt bei diesem Crowdfunding vorbestellen Nupsi ansteigen solltet. Denn es läuft nur noch drei Tage und es braucht noch viel Geld. Und selbst ich habe schon was investiert. Also haut rein. Ich will das in gedruckt und schön sehen. Ja. Es lohnt sich. Selbst Moritz hat was investiert, der ja normalerweise überhaupt kein Geld für Rollenspieler ausgeht. Richtig. Ich schnauze ich alles. Das sind ja keine DVDs. Das sind alles Bücher, hinter denen ein Flachmann versteckt ist. Ne, das ist so eine Fototapete. Ich habe die auch schon gekauft. Du bist einfach so, als ob du ein Rollenspiel-Nerd wärst. Unfassbar. Genau. Es gibt für alles zu gehen. Ich verabscheue, verabscheue, genau. Ich verabscheue. Oh, die haben angerufen, weil wir in den Spurs zurückhaben. Okay. Ich verabscheue mich. So. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Marco, fürs Leiten. Und vielen, vielen Dank fürs Mitspielen an Lilly, an Moritz, an Patricia und an Kai. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Lächeln und Winken. Bis dann. Ich lasse euch noch. Bye. Bye. Okay. So. Weil jetzt wieder Chaos im Layout passiert, während Leute den Call verlassen, neue Leitereien kommen, habe ich einfach nur mal meine Fresse in den Vordergrund geschaltet. Ja. Tschüss. Schön mit euch. Tschüss.